Oh und herzlich willkommen zu einem neuen Star Citizen Video. Lang ist es her, dass ich ein Video zu Star Citizen gedreht habe. Das ist schon zwei Jahre her. Das war noch die Alpha Alpha 3.1 und da habe ich es als noch nicht spielenswert empfunden aufgrund der vielen Wachs und Instabilität. Falls euch das Video interessiert, ich packe euch das mal in die Infobox oben. Ja und zwei Jahre später sind wir jetzt in der Patch-Version Alpha 3.12.1 und ich muss sagen, ich hatte in den letzten Wochen viel Spaß mit dem Spiel. Es ist viel stabiler geworden und dadurch kann man einige der Ingame-Aktivitäten doch störungsfrei bewältigen. Gerade mit Freunden zusammen macht es natürlich mega Spaß. Und ja, deshalb wollte ich hier mal einen kleinen Einsteiger-Guide für euch produzieren. Wenn ihr ganz neu in Star Citizen seid, lernt ihr hier, wie ihr mit dem Spiel loslegt, wie man es steuert, wie man herumläuft, wie man fliegt und außerdem zeige ich euch, wie man auch am Anfang schon mit einem Einsteiger-Schiff gut Geld verdienen kann. Da schauen wir uns mal Delivery-Missionen an, wir schauen uns Bounty-Missionen an und wir schauen uns das Mining an. Ja und apropos Geld verdienen, ich packe euch in die Videobeschreibung einen Code, meinen persönlichen Referral-Code. Wenn ihr euch damit bei Star Citizen ein Account registriert, bekommt ihr 5000 Alpha UEC, das ist die Geldanheit von Star Citizen, extra gut geschrieben und das ist schon ein schöner Boost für den Anfang, womit ihr euch ein paar gute Sachen kaufen könnt. Ja, ohne weitere Umschweife, lasst uns loslegen. Nach dem Start des Spiels landet ihr zunächst hier im Hauptmenü und es gibt hier mehrere Spiel-Modi, die ihr starten könnt. Zum einen Space Marine, das ist ein dedizierter First-Person-Shooter-Modus. Außerdem gibt es hier noch den Arena Commander, das ist das gleiche, nur mit den Raumschiffen. Was wir aber spielen möchten, ist das Persistent Universe, was eben der ja sozusagen MMO-Teil oder Multiplayer-Teil des Spiels ist, der so richtig Spaß macht. Los geht's. Wenn ihr das Persistent Universe zuvor noch nie gestartet hattet, dann werdet ihr zunächst einmal hier in der Charakter-Erschaffung landen. Aber auf die Erschaffung eures Charakters solltet ihr nicht allzu viel Wert und Zeit verschwenden, denn das Aussehen des Charakters wird in regelmäßigen Abständen wieder resettet. Werdet ihr also einige Male noch machen müssen während der Alpha. Von daher klickt euch schnell was zusammen, was euch gefällt und dann klickt ihr auf Accept und dann geht's auch schon weiter. Wenn ihr dann mit eurer Charakter-Erschaffung fertig seid, landet ihr hier in dem Persistence Universe Menü und könnt auswählen, wo genau ihr starten möchtet. Ihr habt hier oben die Auswahl zwischen den Hangars und dem Stanton System, wobei die Hangars quasi nur ein Showroom für eure Schiffe sind. Dort könnt ihr euch in Ruhe eure Schiffe angucken. Aber das eigentliche Spiel findet hier im Stanton System statt. Das ist das momentan einzige Sonnensystem, was momentan in der Alpha fertig ist und was man bespielen kann. Und sofern ihr noch nie eingeloggt wart in dem Spiel oder auch in diesem Patch, dann habt ihr rechts noch ein weiteres Dropdown, wo ihr euren genaues Startwort festlegen könnt. Und zwar sind das die drei Städte, die es aktuell auf dem Planeten Oberflächen gibt von Hurston. Das wäre dann Lorville oder auch Area 18 auf Arcorp oder auch Noob Babbage auf Microtech. Ich bin derzeit auf Lorville stationiert sozusagen. Dort gibt es eigentlich immer sehr gute Auswahl an Missionen. Deshalb finde ich das da ganz gut. Außerdem ist der Planet Hurston ziemlich zentral im Sonnensystem. Von da aus kann man überall ziemlich flott hin. Von daher ist das keine schlechte Wahl für den Start. Aber wenn ihr euch mal eine schöne, fancy Stadt angucken möchtet, dann könnt ihr auch auf New Babbage starten. Wo ihr startet, ist relativ egal. Zum aktuellen Patchstand kann man eigentlich überall direkt loslegen, sein Schiff holen und dann das Universum erkunden. Von daher zeige ich euch jetzt mal, wie das in Lorville aussieht. Da gibt es auch ein paar nette Shops, die wir uns angucken können. So für einen kleinen Ausblick auf späteres. Hier unten könnt ihr dann noch auswählen, wo die Server Location sein soll. Hier könnt ihr das nehmen, was für euch als nächstes ist. Also bei mir ist das EU oder ihr wählt oben Best aus, wo ihr dann den, ich denke mal, Latenz niedrigsten Server von alleine auswählen solltet. Aber das könnt ihr halten, wie ihr möchtet. Und dann klicken wir Visit Location und nach dem Ladebildschirm sollten wir dann auch im Spiel aufwachen. Nach einer mehr oder weniger langen Ladepause sind wir nun hier in unserem Apartment auf Lorville erwacht in meinem Fall. In meinem Fall ist Lorville. Und ja, es gibt es ja einige Grundzüge zu lernen. Ihr werdet feststellen, wenn ihr A, W, S, D drückt, dass euer Charakter sich nicht bewegt. Ihr müsst erst mal aus eurem Bett aufstehen. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Ein sehr wichtiges System in diesem Spiel ist der Interaktionsmodus, den ihr betreten könnt, wenn ihr F gedrückt haltet. Dann erscheint hier dieser Cursor und mit dem könnt ihr mit eurer Umgebung interagieren. In dem Fall könnte man hier Get abklicken, um von dem Bett aufzustehen. Einfach linke Maustaste drücken. Alternativ gibt es aber in diesem Fall auch eine Taste, die man drücken kann, nämlich die Taste Z auf dem Keyboard. Die ist immer dafür da, aus Sitzen, Betten, was auch immer, aufzustehen. Im Grunde ist es immer aufstehen. Also einmal Z drücken oder auch zweimal. Manchmal weigert es sich. Manchmal gibt es auch diesen weirden Bug, dass man sich direkt wieder hinlegt. Dann einfach nochmal Z drücken. Dann steht der Charakter auf und bleibt hoffentlich aufstehen. Manchmal tut man es auch ein drittes Mal. Aber irgendwann klappt es dann. Diesen Bug habe ich bisher auch nur hier, glaube ich, auf Lorbel bemerkt. Jetzt stehen wir endlich. Wir haben es endlich geschafft aufzustehen. Das ist nicht immer der Fall. Keine Sorge. Nun können wir uns mit AWSD hier im Raum ein bisschen umgucken. Mit dem Interaktionsmodus, wie gesagt, kann man auch andere Teile oder andere Dinge benutzen, mit denen interagieren, wie hier Türen auf und zu machen. Und ihr erkennt das immer, dass hier etwas gehighlighted wird. Und wenn der Cursor rund wird, hier sind bisher nicht so viele Dinge, mit denen man interagieren kann. Die sind zwar gehighlighted. Hier zum Beispiel können wir das Regal aufmachen und auch wieder zumachen. Wenn der Cursor so rund wird, dann heißt das, da gibt es etwas zum Interagieren. Das meist ist momentan allerdings nur kosmetisch. Das hier ist der Ausgang aus unserem Quartier. Und hier gibt es diese Schaltfläche und ihr könnt auch draufklicken. Und dann geht die Tür auf. Hoffentlich. Meistens. Da geht es auf. Es scheint ziemlich laggy zu sein auf diesem Server. Schauen wir mal. Ja, jetzt haben wir unser Quartier verlassen und sind hier im Bereich der Unterkünfte in Norville. Ihr seht links den Chat. Wenn euch der nervt, einfach F12 drücken, dann ist der weg. Ja, ihr könnt natürlich jetzt nicht nur hier so schleichen, sondern ihr könnt entweder Shift drücken, um zu sprinten. Oder aber ihr könnt auch das Mausrad nach oben bewegen. Und dann wird eure Standardbewegungsgeschwindigkeit erhöht. Wir haben ja auch schon einen kleinen Ausblick auf die Stadt und den Raumhafen. Und hier könnt ihr erst einmal genießen, wie dieses Spiel aussieht. Die ganze Lichtatmosphäre ist toll. Die ganzen Details, die Beschilderungen sind alle korrekt. Und hier liegt CGI wirklich super viel Wert auf Details und glaubhaftigkeit. Das ist wirklich der Hammer. Wenn wir dann den Exit gefunden haben. Das ist in der Regel ein Fahrstuhl, ein Elevator. Und auch hier könnt ihr mit dem Interaktionsmodus den Fahrstuhl rufen über dieses Panel. Auch einfach linksklick auf die Schaltfläche. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis der Fahrstuhl da ist, wie es halt immer so ist. Wir können hineingehen und auch hier drin ist wieder ein Panel. Hier können wir mit dem Mausrad auch rauf und runter scrollen und können unten den Groundfloor auswählen, um in die eigentliche Stadt zu kommen. Kurzzeit später sind wir auch schon unten und können uns ein bisschen umgucken. Und hier sehen wir den ersten wundervollen Ausblick auf die Stadt Lorville. Hurston ist ein sehr industriell und ich meine auch Mining getriebener Planet. Wird von Hurston Dynamics betrieben. Das sieht schon alles echt schick aus. Okay, aber wir sind ja nicht nur hier, um die schöne Aussicht zu genießen, sondern wir wollen auch ein bisschen was erleben. Wir starten hier in den, das heißt nicht Commons, im Metro Center heißt das hier auf Lorville. Und wir könnten hier links zum Transit gehen, um zum Spacesport zu fahren, aber ich zeige euch erstmal noch ein bisschen hier die Stadt. Es gibt hier einen Laden, den ich euch zeigen müsste, der besonders interessant ist. Und zwar gibt es den Temany & Sons. Den müssen wir jetzt mal ein bisschen suchen. Ihr könnt ihr darauf achten, dass es hier oben immer Beschilderungen gibt. Da ist es schon ausgeschildert, Temany & Sons. Den könnt ihr folgen und dadurch könnt ihr euch auch in neuen Gebieten gut orientieren. Und wenn man hier alles täuscht, müssen wir hier weitergehen. Ja, hier sind wir richtig. Es sieht schon alles echt schick aus. Da gibt es die Central Line, da möchten wir nicht hin. Wir möchten zum Laden und der ist hier unten. Hier rechts gibt es ein Restaurant. Da kann man ein bisschen was essen und trinken. Zumindest trinken sehe ich hier. So was zu essen. Im Moment anscheinend nicht. Das interessiert mich jetzt aber gerade nicht. Hier ist dann auch der Laden. Dann seht ihr auch Schaufenster und auch hier wieder Interaktionsmodus Tür öffnen. Dann schauen wir uns hier drinnen mal um. Und hier gibt es zum einen normales Clothing und Clothing Klamotten. Die sind hier ausgestellt. Ihr könnt hier auch mit dem Interaktionsmodus die Sachen anprobieren und gucken, wie es auch nicht aussieht. Hier geht es hier schon an der Klamotten. Mining ist hier ein Ding. Mit E kommt ihr aus diesem Modus wieder raus. Ja, hier könnt ihr euch ein bisschen umschauen. Und hier gibt es halt nicht nur Klamotten und Schuhe, sondern hier gibt es auch Rüstungen. Hier könnt ihr euch schon mal anschauen, was es alles gibt. Ein leichter, mittlerer, schwerer Rüstung. Könnt ihr natürlich auch anprobieren. Könnt ihr mit der Maus rüber gehen und gucken, was es ist und was es kostet. Und in jedem Laden gibt es auch Terminals. Jetzt suchen wir den mal hier. Hier vorne sind sie. Mit dem Interaktionsmodus könnt ihr den Terminal benutzen. Das Terminal benutzen. Und könnt euch hier das Angebot durchschauen. Und was ich an diesem Laden besonders schätze, ist die große Auswahl an Rüstungen, die es hier gibt. Ihr startet nur mit einem Andersdude und einem Helm. Der reicht völlig aus, um euch vor dem Vakuum das All zu schützen. Aber wenn ihr auch mal zu Fuß unterwegs seid und vielleicht mal Weinten begegnet, dann ist es keine schlechte Idee, auch eine Rüstung zu tragen. Und da könnt ihr euch hier halt einmal durchklicken und schauen, was euch da gefällt und was ihr euch dann später vielleicht mal kaufen möchtet. Am Anfang sind eure Alpha UEC, also Geldbestände, recht begrenzt. Aber das wird sich ganz schnell ändern. Und ihr könnt euch hier aber schon mal ein bisschen durchklicken und orientieren, was das so kostet und was ihr haben möchtet. Und im Moment macht es eigentlich nur Sinn, wenn man wirklich kämpfen gehen möchte, eine Heavy Armour zu nehmen. Die haben momentan nicht so viele Einschränkungen, als dass man dafür auf eine Medium oder Light gehen müsste. Aber ansonsten könnt ihr euch einfach passionmäßig aussuchen, was ihr haben möchtet. Eine Armour zu haben ist etwas besser, als keine Armour zu haben. Schusswaffen gibt es hier leider nicht. Dazu müsst ihr zu einer anderen Station fliegen, aber für Rüstung ist hier gesorgt. Und hier gibt es eine große Auswahl an schicken Sachen und Waben und so weiter. Das würde ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg gegeben haben. Aber jetzt schauen wir mal etwas weiter. Wir laufen hier wieder zurück und diesmal müssen wir zum Transit, an dem wir schon einmal vorbeigelaufen sind, um zum Raumhafen zu gelangen. Denn da gibt es die nächsten schönen Sachen zu begucken. Ich folge einfach wieder an den Weg zurück, mit dem ich gekommen bin. Und mit der Zeit werdet ihr dann auch schon lernen. Hier ist Admin Office, dann muss ich hier lang. Wenn ihr ein paar Mal in den Städten gewesen seid, wisst ihr dann auch irgendwann, was wo ist und wo ihr langlaufen müsst. Am Anfang ist es total unübersichtlich. Aber wie gesagt, mit der Zeit wisst ihr dann, wo ihr lang müsst. So, hier geht es im Transit. Eine gute Faustregel ist hier auf Lorville, wenn ihr aufgewacht seid und eure Quartiere verlassen habt. Beziehungsweise das Residential Building verlassen habt. Immer links halten, dann kommt ihr ganz automatisch zum Transit. Und wir möchten zum Spaceport. Also orientieren wir uns wieder an der Beschilderung. Da ist die Spaceportline. Also mal gucken, ob wir hier schnell einen Zug bekommen. Oh, da steht gerade einer. Schnell rein. Ja, noch gekriegt. Und da sind wir auch schon unterwegs. Dann genießen wir jetzt mal hier den... ...Ritt in der Tram. Da oben sehen wir auch schon die Schilder vom Spaceport. Und da hinten das riesige Zentralgebäude, an dem man sich immer gut orientieren kann, wenn man im Anflug auf Lorville ist. Und da sind wir beim Raumhafen angekommen. Folgen der Beschilderung zum Ausgang. Hier rechts gibt es den Zug zum New Business District. Da gibt es einen schönen Waffenladen für Schiffswaffen. Da gibt es die besten Laser Repeater. Die es derzeit im Spiel so gibt. Aber wir folgen jetzt hier einfach... ...dem einen Weg, den es gibt. Da kann man sich gar nicht großartig verlaufen. Zum eigentlichen Zentrum des Raumhafens. Da sind wir auch schon. Hier in der linken Hand gibt es einen schönen Ausblick auf den Raumhafen und die Stadt. Und die Hangars. Hier in der linken Hand liegen die Terminals, an denen man seine Schiffe spawnen kann. Dazu kommen wir noch. Hier auf der rechten Seite sehen wir schon ein ausgestelltes Schiff, dass man hier, dass ich die auch kaufen könnte. Aber es hat auch seinen Grund, denn hier haben wir den Eingang zu dem Schiffsshop, der da heißt New Deal. Und hier kann ich euch auch mal dringend einen Besuch empfehlen. Denn hier könnt ihr euch mal anschauen, was es sonst noch so an Schiffen gibt, wenn das euer erster Besuch im Spiel ist, was sehr beeindruckend ist. Hier seht ihr schon, hier steht eine Omega oder wenn man hier reinläuft in den Laden. Hier links steht eine Prospector. Das ist ein Ein-Personen-Mining-Ship. Das kostet so um die 2 Millionen. Hier rechts haben wir ein Schiff aus der Omega-Reihe. Und hier haben wir eine Aurora, eines der Starter-Schiffe oder die Reihe der Starter-Schiffe vielmehr gesagt. Da gibt es verschiedenste davon. Bevor ich hier rauslaufe, hier vorne ist auch ein Terminal. Den könnt ihr auch wie bei einem Klamottenladen F ohne Linksklick benutzen. Und hier könnt ihr euch schon mal orientieren, was es alles an Schiffen gibt und wie teuer die sind. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Geld man hier so ansparen muss für ein schickes Schiff. Und da könnt ihr euch schon mal angucken, was ihr euch vielleicht demnächst in Indien gerne kaufen möchtet. Und wenn wir rauslaufen, gibt es hier noch etwas ganz Besonderes. Und zwar, wenn wir der Rampe nach rechts folgen, gibt es hier auch ein paar große Pötter ausgestellt, die super beeindruckend sind. Und wo einmal klar wird, wie groß die Schiffe sind, die es in dem Spiel hier gibt. Die man auch mit großen Crews dann bedienen kann. Und vorne, als Kontrast dazu, die Mustang Alpha. Eins der Starter-Schiffe auch, ein kleiner Fighter. Der ist auch nur für eine Person. Aber hier haben wir zum Beispiel ein Schiff der Constellation-Klasse. In dem Fall ist das die Luxus-Liner-Klasse. Auf der anderen Seite haben wir die Aegis Hammerhead. Ein Gunship, also ein Kriegsschiff. Also ein sehr starker Kontrast bei den Schiffen. Und das Coole ist, dass ihr bei diesen ausgestellten Schiffen auch hineinschauen könnt. Und ich zeige euch mal gerade, wo die Eingänge sind bei diesen Riesenpötten. Sonst sucht ihr euch dann nämlich einen Wolf. Auch hier könnt ihr wieder einfach mit der F-Taste nach oben gucken. Den Fahrstuhl highlighten. Den erkennt man hier ganz einfach bei der Constellation. Links klickt drauf und dann wird der Fahrstuhl da runtergelassen. In den Schiffen sind leider alle Beleuchtungen ausgeschaltet. Deshalb kann ich euch empfehlen, hier die Taste T zu drücken. Die aktiviert eure Kopflampe und dann könnt ihr oben, wenn ihr hochfallt, auch was sehen. Und hier runter gucken, links klickt, dann fährt der Fahrstuhl wieder hoch. Aber das überlasse ich euch, damit ihr euch das Ganze in Ruhe angucken könnt. Beeindruckendes Interieur mit Bar und Whirlpool und allen Annehmlichkeiten, die man auf so einem längeren Raumtrip halt haben möchte. Hier das Kriegsschiff, die Hammerhead. Ihr seht schon, mit Turrets bestückt ohne Ende. Und hier ist es ein bisschen tricky. Hier findet ihr den Fahrstuhl nämlich an der Seite. Und hier bei der Aufschrift Dockingport A könnt ihr wiederum interagieren. Muss man ein bisschen suchen. Und dann wird hier auch der Fahrstuhl runtergelassen für euch. Ja, guckt euch die Schiffe mal an. Ihr seht schon, die sind wirklich riesig. Haben teilweise auch Fahrzeughangar. Und innen drin jede Menge Sachen zu bestaunen. Vom Engineering, die Brücke, die Quartiere und die Turrets, alles mögliche. Alles sehr beeindruckend, mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Da könnt ihr einen Ausblick darauf bekommen, wie viel Spaß es machen wird, mit euren Freunden in so einem Schiff durchs PU zu düsen. Jetzt machen wir uns aber wieder auf den Weg zurück zum Raumhafen. Wir wollen ja schließlich selber mal ein bisschen fliegen. So, noch ein letzter Tipp zum Thema Bedienung eures Avatars. Ihr habt auf der Taste F1 noch euer MobiGlas. Das ist ein Handgelenkmonitor, wo ihr quasi alles drüber steuern könnt. Alle wichtigen Funktionen sind hier in diesem MobiGlas zusammengebracht. Der erste Bildschirm ist eigentlich aktuell relativ uninteressant, bis auf die Anzahl eurer Credits, die ihr habt, also eures Geldes, was ihr euch halt leisten könnt. Und ihr könnt hier unten umschalten. Es gibt hier Com-Links für die Chats, euer Social-Menü. Hier könnt ihr auch sehen, wer alles online ist und so weiter. Ihr habt hier eure Chips-Ausstattung. Ihr könnt ihr euer Schiff aussuchen und durch angucken, wie es momentan ausgerüstet ist, was für Waffen drin sind, was für Komponenten drin sind, etc. pp. Das gleiche gibt es dann noch einmal für euren Avatar. Hier könnt ihr sehen, was ihr momentan an Kleidung anhabt, an Rüstung anhabt, an Waffen angelegt habt und so weiter. Und ja, noch einige Menüs mehr. Und dann haben wir hier auch die Sternenkarte. Die ist manchmal ein bisschen buggy. Da muss man zweimal rechts klicken, dann ist man da rausgesumt. Oder man geht wieder einmal auf den Start und geht nochmal zurück auf die Karte. Dann sollte die wieder da sein. Hier seht ihr das Stanton-System. Hierüber wird dann auch navigiert. Ihr könnt auch noch euch Contracts angucken. Hier kann man Missionen drüber finden. Ihr könnt hier Reparaturen für ihr Schiff durchführen. Alles Mögliche. Da könnt ihr auch mal in Ruhe durchklicken. Das muss ich jetzt hier nicht alles im Detail erklären. Ein paar Sachen. Da kommen wir hier noch drauf. Wenn ihr vom New Deal aus nach links lauft übrigens, dann findet ihr hier noch ein weiteres Terminal, nämlich das Terminal Vantage. Und hier könnt ihr euch Schiffe nicht kaufen, aber mieten. Denn das heißt, wenn ihr euch unschlüssig seid, ob ihr direkt kaufen sollt, direkt zuschlagen sollt, oder wenn die Schiffe halt einfach mal nur Probe fliegen wollt, dann könnt ihr gucken, welche es hier an dem Terminal gibt. Und ihr könnt hier unten, zum Beispiel die Vengard Warden gibt es hier ab 81.000 Credits zu leihen für einen Tag. Wenn ihr mehr Tage auswählt, wird es günstiger pro Tag. Könnt ihr euch anschauen, ob das für euch sinnvoll ist, ob ihr mal was ausprobieren möchtet. Und es gibt hier halt eine Titan auch für 16.000. Oder wenn ihr vielleicht einfach mal ein Schiff benutzen möchtet für irgendwas, könnt ihr es euch einfach mal für einen Tag ausleihen, für den ganzen Zeitraum, Probe fliegen, ausprobieren, machen, was ihr möchtet. Der einzige Unterschied ist zum Kauf, dass ihr ein geliehenes Fahrzeug nicht modifizieren könnt. Ihr könnt ja so keine weiteren Waffen oder Komponenten austauschen. Die sind einfach, das ist einfach die Stockversion, mit der ihr klarkommen müsst. Aber um sich das mal anzugucken, oder für Probeflüge, ist es 1A geeignet. Dazu kommen wir auch später nochmal in den Teil. So, jetzt geht es aber zum Fliegen. Dazu gehen wir hier an ein Vehicle Retrieval Terminal. Wieder F und links klickt. Und hier seht ihr schon die gesamte Liste eurer Fahrzeuge, die ihr hier spawnen könnt und die in eurem Hangar sind. Für den ersten Ausflug nehme ich jetzt hier einfach mal die Aurora ES, die ich mir ausgeliehen habe. Gehe auf Retrieve. Und jetzt müssen wir einen kleinen Moment warten, bis uns angezeigt wird, wo das Fahrzeug abgestellt wird. Das wurde für uns jetzt im Hangar 06 platziert. Das müssen wir uns jetzt im Meer erkennen. Aber ihr seht vorne schon den Marker des Schiffes. Da steht es momentan noch drunter, Hangar 06. Falls wir also das vergessen sollten, können wir da nochmal nachschauen. Und jetzt müssen wir die Fahrstühle finden, die zu diesen Hangars führt. Die sind in Lorville an dieser Stelle. Bevor ihr den Fahrstuhl betretet, empfiehlt es sich übrigens immer einen schnellen Helm-Check zu machen. Ich weiß, die guckt einmal. Habe ich Andersuit an? Habe ich Arno an? Vor allem habe ich den Helm an. Weil ohne Andersuit und Helm werdet ihr ratzfatz ersticken, wenn ihr die Atmosphäre, die schützende Atmosphäre der Station verlasst. Also immer einmal vorher gucken, ob alles okay ist. Und ja, als nächstes müssen wir hier den Hangar auswählen, auf dem unser Schiff abgestellt wurde. Hangar 06. Dann schauen wir mal schnell darüber. Da sind wir auch schon. Und da steht auch schon unser Prachtstück. Könnt ihr euch einmal ein Rohr von allen Seiten angucken. Und da seht ihr schon auch die Bewaffnung. Hardpoints, Thrusters, alles was dazugehört. Schick, schick. Und auch hier könnt ihr wieder mit der F-Taste interagieren. Seht schon, Leiter öffnen, Tür öffnen. Am einfachsten kommt ihr aber in das Schiff. Wenn ihr einfach so in das Schiff, dann passiert alles automatisch. Dann müsst ihr nicht alles einzeln anklicken. Klicken. Und dann steigt der Charakter auch automatisch ein. Automatisch geht auch die Tür wieder zu. Leiter wird eingeklappt. Und ihr könnt euch in eurem Schiff umgucken. Hier vorne ist der Pilotensitz. Unschwer zu erkennen. Hier hinten. Der Vorteil der Aurora ist, dass es hier einen Innenraum gibt, auf dem man Kisten abstellen kann. Dazu kommen wir gleich. Und in der Aurora gibt es hier auch ein Bett, in das man sich reinlegen und auch ausloggen kann. Das damit man an einer bestimmten Stelle im Spiel auch wieder spawnen kann. Also in eurem Schiff. Und jetzt gehen wir mal auf den Pilotensitz. Wieder F gedrückt halten. Ihr kennt das jetzt schon. Da sitzen wir endlich am Steuer. Auch hier in dem Cockpit könnt ihr alles mit der F-Taste bedienen. Ihr könnt hier sehen, ihr könnt das Schiff Flight-Ready schalten, Power-On, Power-Off, Engines, Open Exterior könnt ihr hier machen und so weiter und so fort. Da muss man in jedem Schiff ein bisschen gucken, wo die Knöpfe sind und wo man wie interagieren kann. Wenn man so weiter nach links guckt, ist meistens irgendwo das Exit-Chip zu finden. Es ist ja nicht Exit-Chip, aber Exit-Seed. Muss man halt auch ein bisschen suchen. Aber es gibt für alles auch, hier ist es Exit. Es gibt aber auch zum Glück Tastenkombinationen für die verschiedenen Funktionen. Das könnt ihr euch im Optionsmenü übrigens auch alles umbelegen, wenn euch das so nicht gefällt, wie es ist. Aber das Einfachste, um das Schiff voll flugfähig zu bekommen, ist die Taste R für Flight-Ready. Einmal gedrückt, dann fährt das Schiff rum. System Check. Es gibt auch noch weitere Tasten, die interessant sind. Die gehe ich mal kurz durch. Es gibt noch die Taste U. Damit kann man das Schiff auch wieder ausschalten. Kann man zum Beispiel nach einer Landung machen oder wenn man einmal einen Neustart machen will, weil vielleicht irgendwas ein bisschen buggy ist, kann man mal versuchen, ausschalten, anschalten. Man kennt es ja von Windows, ein Reboot. Haben sich viele Probleme erledigt. Es gibt auch die Taste I. Damit kann man die Engines ausschalten. Das ist wichtig, wenn ihr auf Planetenoberflächen zum Beispiel landet, um zu verhindern, dass euer Schiff in die Gegend gepunktet wird. Wenn die Engines ausgeschaltet sind, dann ist euer Schiff da weniger anfällig für. Daneben gibt es noch die Taste O. Damit kann man die Schilder ein- und ausschalten. Mit P kann man die Waffen ein- und ausschalten. Und die nächsten Tasten kommen gleich. Die werden noch wichtig. Soviel ist der Power-Taste. Die wichtigsten sind halt R für Flight Ready und I für Engines ausmachen nach einer Landung. Der Rest ist optional. In den Schiffen findet ihr sogenannte Multifunktions-Displays. Das sind hier diese verschiedenen Anzeigen. Die jetzt kann man besser erkennen. Und hier könnt ihr auch mit dem Mausrad reinzoomen, wenn ihr F gedrückt haltet. Und hier könnt ihr auch die Elemente auf dem Bildschirm bedienen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel hier euch die Waffen anschauen, die drin sind. Und könnt hier zum Beispiel die Feuergruppe ändern. 0 ist die linke Maustaste, 1 ist die rechte Maustaste. Ihr könnt schauen, was habe ich alles dabei an Missiles, etc. Hier oben könnt ihr auch das Display umschalten. Ihr könnt hier zum Beispiel die Power-Verteilung draufschalten. Ihr könnt hier in die Geräte gehen, könnt übertakten, einstellen, was auch immer. Aber ich gehe hier mal wieder auf was packe ich mir drauf? Ich mache wieder die Bewaffnung drauf. Ja, hier wird euer Ziel angezeigt. Hier links haben wir das Kommunikations-Display. Und das brauchen wir auch, weil in diesem Hangar, wenn wir nach oben gucken, sehen wir, wir kommen momentan nicht raus. Die Hangartore sind geschlossen. Das heißt, wir müssen auf dem Planeten hier erst einmal eine Starterlaubnis einholen. Das müsst ihr nur auf Stationen machen, aus denen ihr sonst nicht rauskommt, wo Tore geöffnet werden muss. Wenn ihr auf Raumstationen seid, auf Landingpads, wo ihr einfach starten könnt, dann könnt ihr es einfach machen, ohne eine Starterlaubnis einzuholen. Einfach starten und gut ist. Aber hier müssen wir das einholen. Das heißt, entweder können wir hier auf das Symbol klicken, um die Lorville Landing-Services zu kontaktieren. Alternativ, wenn das in eurem Schiff nicht wie hier, wenn das nicht so wie hier bequem erreichbar ist, könnt ihr die Taste F11 drücken. Das ist der Shortcut, um in euer Kommunikationsmenü vom Mobiglas zu kommen. Könnt ihr auf Friends klicken, weil die Landing-Services natürlich alle unsere Freunde sind. Und hier könnt ihr dieses Symbol anklicken und dann wird auch schon kontaktiert. Hier kommt die Meldung Klee to Launch. Das dürften wir also starten und wenn wir jetzt nach oben gucken, sehen wir, dass sich da die Tore öffnen. Und dann kann es auch losgehen. Mit der Leertaste beginnt ihr den Steigflug. Sie hört ja auch schon Take-Off Complete. Und nun könnt ihr die Taste N drücken, wie Nordpol, um euer Fahrgestell einzufahren. Das ist auch ganz wichtig. Klick. Landing-Gear wurde eingefahren. Jetzt können wir hier aufsteigen. Ach, ist das schön. Und sind in der Luft. Bei Städten und Stationen ist normalerweise eine waffenfreie Zone. Das heißt, man kann hier auch nicht herumballern. Dazu muss man erst mal ein Stück weit wegfliegen. Kommen wir nun zu den Basis. Ja, war schön bei euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jetzt kommen wir zu der Basissteuerung der Schiffe. Ich steuere in der Regel mit Maus und Tastatur. Viele Spieler schwören auch auf Joysticks oder Hotas. Aber was ihr machen möchtet, ist euch überlassen. Ich finde, das lässt sich auch mit Tastatur und Maus sehr gut spielen und steuern. Ihr seht schon, mit der Maus kann ich hier das Schiff drehen und ich kann das Schiff auch neigen. Wir haben schon gelernt, mit der Leertaste kann das Schiff aufsteigen. Um zu sinken, drückt ihr die Steuerungstaste. Ihr seht auch schon, dass die Schiffe ziemlich träge sind. Also da müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht in den Boden knallt. Gerade hier auf Planetenoberflächen, wo entsprechende Schwerkraft herrscht. Mit den Tasten A und D könnt ihr nach links und rechts strafen. Und mit den Tasten Q und E könnt ihr das Schiff rollen. Und mit A geht es, wie man es kämpft, vorwärts. Mit S geht es rückwärts. Ja, und dann fliegen wir jetzt mal ein bisschen los. Und wir möchten jetzt erstmal in den Orbit kommen. Dazu gehen wir in den Steigflug. Und auf der linken Seite seht ihr die Geschwindigkeitsanzeige. Und wie auch, wenn man zu Fuß läuft, kann man mit dem Mausrad hier einstellen, was die Maximalgeschwindigkeit sein soll. Kann man rauf und runter stellen. Ich stelle jetzt mal auf Maximum. Und dann stelle ich mit der Taste C Cruise Control ein. Und das bedeutet, dass das Schiff automatisch bis auf die Maximalgeschwindigkeit beschleunigt, ohne dass ich ständig die Taste A gedrückt halten muss. Auf der Taste Shift gibt es noch einen Afterburner. Wenn ich den drücke, bringt es mir momentan keinen wirklichen Schubvorteil. Der Afterburner beschleunigt nicht über die maximale Geschwindigkeit hinaus, sondern hilft euch, bis auf die Maximalgeschwindigkeit zu beschleunigen. Mit dem Afterburner müsst ihr aber vorsichtig sein, weil er euch ziemlich schnell die Triebwerke überhitzen kann. Aber da wird euch das Schiff dann schon Bescheid sagen, wenn das der Fall sein sollte. Ich steige jetzt mal noch ein bisschen steiler auf, damit es ein bisschen flotter geht. Und wenn man das Ganze so eingestellt hat, kann man die Zeit normalerweise nutzen, um seinen Kurs zu plotten. Aber da ich jetzt erstmal nur den Plan habe, zur Raumstation zu fliegen, mache ich das jetzt erstmal nicht. Rechts seht ihr schon, wir sind jetzt auf einer Höhe von 15.000. Das sollte normalerweise schon reichen. Wir sollten die Atmosphäre verlassen haben. Und man kann sich schneller im Raum bewegen mit dem sogenannten Quantum Drive, mit dem jedes Schiff, oder fast jedes Schiff ausgestattet ist. Den aktiviert man mit der Taste B. Und dann seht ihr schon, dass jetzt jede Menge Icons aufgetaucht sind. Das sind alles Punkte, die wir mit dem Quantum Drive anspringen können. Und ich suche jetzt einmal die Raumstation. Die Raumstationen sind immer ein rechteckiges Symbol. Städte haben auf Planetenoberflächen ein Schildsymbol. Kolonien auf Planetenoberflächen haben ein Raute-Symbol. Und ich möchte jetzt erst einmal zur Raumstation Everest Harbor. Denn über jedem Planeten oh, da wird mir auch schon schwummerig. Da reagiert der Charakter drauf, wenn man sehr stark einlenkt. Die Gehkräfte mag so ein menschlicher Körper dann halt gar nicht. Jetzt kann ich auch mal wieder ein bisschen Speed runternehmen. Jetzt sind wir ja schon aus der Atmosphäre raus. Jetzt gucke ich mich mal um, ob ich die Raumstation finde. Alternativ könnte ich auch auf der Karte nachschauen. Aber wenn man schon hier am Planeten ist, kann man in der Regel auch mal einmal kurz den Horizont abschlenken, um zu gucken, ob man den die nicht auch so findet. Und ansonsten kann man immer noch mal in die Karte gucken. Kann natürlich sein, dass die Station gerade auf der anderen Seite des Planeten ist. Na gut, da, 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 da sieht gut aus. Wenn ihr euch jetzt hier gefunden habt, bleibt hier einfach mit dem Cursor darüber. Dann wird der Quantum Drive hochspoolen. Das seht ihr links an der Anzeige, wie die nach oben geht. Und wenn vollgespoolt ist, haltet ihr die Taste B gedrückt, um den Quantum Drive zu aktivieren. Und schon sind wir gesprungen. Und da ist auch unser Ziel die Station, an die wir jetzt erstmal bis auf sieben Kilometer heranfliegen müssen. Ich gebe gerne immer Vollgas, damit es schnell geht. Aber passt auf, dass hier neben die Station zielt, nicht auf die Station. Denn falls ihr es nicht mehr schaffen solltet, rechtzeitig zu bremsen, knallt ihr da rein und euer Schiff explodiert. Dann müsst ihr wieder warten, bis es gespawnt ist. Also, wenn ihr euch nicht sicher seid, fliegt langsam ran. Oder wie gesagt, geht auf Nummer sicher, zieht daneben, stellt die Geschwindigkeit rechtzeitig wieder runter. Wichtig ist auch, wenn ihr gesprungen seid, euer Cruise Control bleibt aktiviert. Also, wenn ihr springt und ihr habt das Cruise Control vorher an, dann geht nicht einfach vom Rechner weg, weil ihr wartet oder guckt in euer Mobiglas. Euer Schiff wird dann einfach weiterfliegen und voll in was auch immer vor euch hineinknallen. Deshalb entweder vor dem Sprung Cruise Control ausschalten oder aufpassen, wenn ihr ankommt, dass ihr das dann ausschaltet. Auch hier gilt immer ein Auge auf den Straßenverkehr. Jetzt sollten wir schon nah genug dran sein. Jetzt müssen wir eine Landerlaubnis einhören, damit wir wissen, wo wir landen dürfen. Gleiches Spiel. Wieder auf die Freunde und hier sehen wir schon Everest Harbor kontaktieren. Das machen wir jetzt. Jetzt bekommen wir eine Landing Bay zugewiesen. Die wurde jetzt markiert. Die seht ihr hier an dem Icon mit dem Kreis mit dem Pfeilchen und da fliegen wir jetzt hin. Dann werden wir mal eine Landung vollziehen. So, da ist das Landing Pit. Mit der Taste Alt könnt ihr übrigens gedrückt halten und mit dem Mausrad rein und raus zoomen, wenn euch das hilft. Ich finde das manchmal dann praktisch. unser Pettstand auf der anderen Seite zu sein. So, in der Nähe der Station sollte die dann schon die Geschwindigkeit deutlich drosseln. Reise es einmal drehen. Jetzt nicht vergessen, das Fahrwerk auszufahren. Das gibt jetzt das der N, wie schon gesagt. Jetzt fliegen wir langsam das Pett heran. Müssen hier in den markierten Bereich fliegen. Schiff gerade stellen und dann langsam mit der Steuerungstaste absinken. bis die Meldung kommt, dass die Landung vollzogen ist. Gewöhnt euch an, einmal die Taste I zu drücken, um die Engines auszuschalten, damit das Schiff nicht wachsen macht und euch um die Ohren fliegt. Und wir sind erfolgreich gelandet und wichtig zu wissen ist, falls ihr auslockt oder getötet werdet, dann werdet ihr immer in der Raumstation oder in der Stadt erwachen, in der ihr zuletzt erfolgreich gelandet seid. Und hierdurch haben wir sichergestellt, dass wir nicht wieder auf dem Planeten aufwachen und die Bahnfahrt bis zum Space, bis zum Spacepot machen müssen, sondern wir starten ja auf der Raumstation wieder neu und das geht auch deutlich flotter, da zum Schiff zu gelangen. Deshalb ist es immer eine gute Idee, einmal auf einer Raumstation Zwischenstopp zu machen. Ja, hier könnten wir jetzt noch aussteigen, aber was ich jetzt machen möchte, ist die erste Mission anzunehmen, damit wir mal ein bisschen Geld verdienen. Dazu gehe ich dann jetzt mal in das Mobiglas und unten in den Contract Manager und hier findet ihr allerhand Missionen, die ihr auswählen könnt. Ihr findet hier Delivery Mission, Investigation, Mercenary Mission, Maintenance Mission, Bounty Hunting und ECN Alerts und das erste, mit dem wir uns beschäftigen möchten, sind die Delivery Mission. Die könnt ihr machen, sofern ihr ein Schiff habt mit einem Innenraum, wo ihr Kisten abstellen könnt, zum Beispiel diese Aurora. Es soll mit ihr gehen, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, das werden wir jetzt herausfinden, ob das wirklich klappt und ob das für Delivery Missionen wirklich taugt. In der Regel hat man Delivery Missionen, die seht ihr hier, die bringen immerhin 8000 Credits und ihr müsst in der Regel drei Pakete transportieren und es gibt die in zwei verschiedenen Ausführungen. Entweder ihr müsst alle Pakete an einem Punkt abholen und an drei verschiedene Stationen oder an Orte bringen oder andersrum, ihr müsst drei Pakete von verschiedenen Orten einsammeln und an einem Ort abgeben. Ich mache gerne die Mission, wo ich an einem Ort alle einsammle und dann verteilen gehe und dann schauen wir mal, welche hier praktisch sind. Das sind natürlich immer die, wo man, wenn man guckt, ob man hier gleiche Zielorte hat, zum Beispiel die haben wir zweimal Hörsten, Arial ist ein Mond, Hörsten ist der Planet und Hörl 2 ist ein Mining-Außenposten. Das heißt, wir holen von dem Mond die Pakete und bringen zwei nach Hörsten und einen zur Mining-Station. Das klingt doch schon mal gar nicht so verkehrt. Das probieren wir einfach mal aus. Hier unten kann man jetzt sagen, ich akzeptiere dieses Angebot und daraufhin findet man diese Mission in dem Tab Accepted, also angenommene Mission. Hier seht ihr auch die Paketnummern, wo man die einsammeln soll. In dem Fall HDMS Best Deck auf Arial, da fliegen wir gleich hin. Hier unten kann man die Mission entweder abbrechen, tracken oder auch sharing, wenn man mit einer Party unterwegs ist. Und ja, dann fliegen wir jetzt mal da hin und laden die Pakete ein. Mal gucken, ob das klappt. Dazu gehe ich jetzt auf die Sternenkarte mit F2 oder hier unten auf das Icon Skyline klicken. F2 ist dann in der Regel doch schneller. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir sind. Und zwar sind wir im Moment hier bei Hörsten. Ihr seht ja auch diese Markierung, da man jetzt genau auf das Profil guckt, schwer zu erkennen. Aber hier seht ihr schon Arial, der Mond, das ist unser Ziel. Rein- und Rausscrollen mit der Maustaste. Ihr könnt mit linker Maustaste gedrückt halten die Karte schwenken. Mit rechter Maustaste gedrückt halten könnt ihr die Karte hin und her schieben. Zweimal Rechtsklick zoomt raus auf das gesamte Sternensystem. Oder Doppelklick auf ein Objekt zoomt euch ran an dieses Objekt. In dem Fall jetzt zum Beispiel an den Mond. Und hier seht ihr schon diese leuchtende Linie. Ich gehe nochmal ganz raus. Da wollte ich nicht hin. So. Und an dieser Linie erkennt ihr, das ist der Kurs, den ihr plotten möchtet. Das heißt, wenn ihr diese Linie seht, links-klick, dann müsst ihr hier oben auf Set Route gehen. Und hier auf der linken Seite seht ihr dann, wie viel Sprit ihr benötigt und wie viel Schritte ihr machen müsst. Manchmal müsst ihr mehrere Sprungpunkte anfliegen. Aber momentan können wir erstmal direkt bis zu dem Mond fliegen. Das hat schon mal gut geklappt. Manchmal ist dieses Kurs jetzt buggy. Dann sieht man die Linie nicht. Es funktioniert nicht. Dann müsst ihr mal einfach ausprobieren, dann die Karte ein bisschen zu bewegen. Jetzt seht ihr schon, dass hier die Route irgendwie stehen bleibt. Dann müsst ihr die Karte mal ein bisschen bewegen. Oder was oft auch hilft, ist einmal wieder auf die Übersicht zu gehen, die Karte neu zu initialisieren, also nochmal auf die Karte gehen und dann das Anzahl auszuprobieren. Oder manchmal muss man auch ein bisschen neben das Target zielen. Und ja, ist ein bisschen fummelig. Die Karte wird zum Glück dieses Jahr überarbeitet. Und dann wird es hoffentlich leichter von der Hand gehen. Aber momentan müssen wir damit leben und zurechtkommen. Okay, der Kurs ist gesetzt. Jetzt kann ich das Mobiglas wieder zumachen mit F1 oder F2. Ja, und jetzt starten wir hier und holen wir die Pakete ab. Das heißt, wieder Leertaste. Das heißt, erstmal die Ents anmachen. Die haben wir ja ausgemacht. Leertaste. Triebwerk einfahren. Äh, nicht Triebwerk, sondern Landing Gear einfahren. Jetzt seht ihr schon, dass wir hier eine Markierung haben. Da sollen wir hin. Mit dem Mausrad die Geschwindigkeit wieder erhöhen. Etwas von der Station wegfliegen. Rechts oben in der Ecke seht ihr auch immer die Icons, ob ihr in einer waffenfreien Zone seid. Also die durchgestrichene Munition. Und ob ihr in einem Gebiets seid, in dem kriminelle Aktivitäten gemeldet werden. Das ist dieser Satellit. Weil man kann hier auch tatsächlich kriminell werden, wenn man auf Spieler oder freundliche NPCs schießt. Und dafür kann man tatsächlich auch ins Gefängnis kommen. Das möchte ich euch hier in diesem Video nicht erklären müssen. Deshalb passen wir auf, dass wir hier nicht kriminell werden. So, jetzt sind wir ausgerichtet auf den Punkt, wo wir hin möchten. Drücken wieder B. Jetzt spholt der Drive wieder hoch. Manchmal kann es sein, dass ihr, obwohl der Drive so gespult ist, nicht springen könnt. In dem Fall empfiehlt es sich, einmal wieder runter zu gehen. Dass abgebrochen wird, wieder drauf zu gehen, neu zu sphlen. Und dann geht es in der Regel. Jetzt springen wir erstmal zum Mond. Und schon sind wir da. So, und jetzt müssen wir einmal schauen, wo wir die Pakete abholen sollen. Muss ich einmal schauen, dass ich meinen Cruise-Controller ausmache, damit wir hier nicht in den Planeten, in den Mond knallen. Ich armere nochmal nach, wie das genau hieß, wo wir hin müssen. Contract Manager, Accepted. Und hier sehen wir, wir sollen die Pakete abholen bei HDMS, Bestdeck. Wo wir das zu B drücken, damit alles angezeigt wird. Jetzt schauen wir mal, wo das ist. Jetzt müssen wir hier leider einmal die Punkte abklappern und gucken, wo wir hin müssen. Diese OMs, das sind Navigationsbojen, um den Planeten, oder um einen Mond verteilt, die euch erlauben, schnell um den Planeten drum herum zu springen. Falls das Zielbojen möchtet, verdeckt sein sollte. Ah, hier haben wir auch schon markiert, Bestdeck. Da sollen wir abholen, das ist doch praktisch. Dann springen wir da mal hin. Das ist doch praktisch. Du hast, das ist doch praktisch. Das ist doch praktisch. so quantum drive ist aus jetzt müssen wir das restliche stück dorthin fliegen dazu gebe ich wieder ein bisschen gas es empfiehlt sich etwas in der oberen atmosphäre zu bleiben weil man hier schneller unterwegs ist und bis auf unter zehn kilometer oder auch unter fünf kilometer ranzufliegen und dann das bremsmanöver einzuleiten so jetzt können wir langsam mal ins abbremsen denken denn auch hier ist die trägheit wieder ziemlich heftig hier mache ich in der regel die cruise control aus und gehe in den sinkflug und jetzt müssen wir an diesen mining außenposten landen diese mission bringt zwar nicht super viel geld wobei 8000 ist schon mal nicht schlecht für den anfang aber vor allem machen wir die damit wir routine bekommen in der navigation darin das schiff zu fliegen und zu starten und zu landen um ein gefühl dafür zu bekommen wie das fahrzeug sich verhält hier kommt auch schon die kolonien sicht ihr seht auch schon dass da landing pads sind das heißt wir fahren jetzt schon mal unser landing gear aus drosseln um die geschwindigkeit dann werde ich mal hier auf dem linken landing pack landen landung erfolgreich engines aus mit der taste i aufstehen mit der taste z dann steigen wir mal aus und gucken uns um vorher zur sicherheit gucken ja ich habe meinen helm auf ich habe mein suit an hallo mond unten links seht ihr auch schon dass es hier ziemlich heiß ist die temperaturanzeige steigt gerade auf 180 grad 190 grad und wir haben eine geschätzte überlebensdauer von gerade mal zehn minuten also sollten wir uns hier mit unseren geschäften beeilen aber sobald wir in eines der gebäude rein laufen sind wir da auch wieder geschützt jetzt müssen wir nur einmal das gebäude finden das ist zum glück markiert das heißt wir laufen da jetzt einmal rüber sogar mehrere gebäude markiert hier sieht man in dem gebäude ist auch ein paket dann kann man sich orientieren dann gehen wir da mal zuerst rein ihr müsst auch nicht zwingend auf den landing pads landen aber nur da habt ihr auf jeden fall garantiert eine glatte fläche und nur da könnt ihr auch auftanken wenn ihr müsst und reparieren hier benutzen wir einmal die luftschleuse und hier sind wir auch schon in dem storage gebäude hier gibt es auch terminals wo ihr handelsgüter kaufen oder verkaufen könnt ist auch ganz interessant zu wissen und hier steht das paket was wir einpacken sollen wollen wir uns das doch mal wieder interagieren wie gewohnt und jetzt verladen wir das ins schiff im schiff angekommen können wir mit der linken maustaste gedrückt halten bestimmen wo wir das paket ablegen möchten ins bett kann ich es anscheinend nicht platzieren also nehmen wir lieber mal den boden nehmen wir einen möglichst glatten bereich loslassen linke maustaste dann wird das paket dort abgestellt und jetzt ist es auch hier an unser schiff angedockt dann holen wir mal die anderen diese überlebenschance von 10 minuten können wir übrigens auch optimieren sage ich mal indem wir uns eine bessere rüstung kaufen oder einen besseren undersuit die gibt es in verschiedenen ausführungen und schützen dementsprechend unterschiedlich gut gegen verschiedene witterungsbedingungen gelte hitze dazu kommen wir später noch wo wird denn in diesem paket so biohazard auf weia so wir stellen das nächste paket ab kann ich die stapeln ich versuche mal die zu stapeln ja ja irgendwie schon hoffen dass das so hält es rappelt ein bisschen aber es hält manchmal funktioniert dieses grid system an den schiffen noch nicht so richtig toll dann kann es sein dass die pakete so ein bisschen oder auch fahrzeuge in den raumschiffen ein bisschen herumglitschen da muss man immer zusehen dass die halbwegs vernünftig abgestellt und geparkt sind damit die nicht irgendwie aus dem schiff rausfallen oder sowas dann stellen wir mal das nächste paket ab das ist schon zu klappen und dann gucken wir mal probieren müssen wir sind jetzt gestartet sind allmählich aus der atmosphäre raus und dann können wir jetzt mal schauen wo wir abliefern müssen das müsste sein zwei pakete auf hörsten und einmal bei dem mining außenposten dann fliegen wir erstmal wieder zurück nach hörsten manchmal hilft es wenn man einfach etwas raus scrollt in diesem fall aber nicht man kann hier rechts oben das icon klicken das zentriert die karte auf die eigene position hilft in diesem fall auch nicht also klicke ich einmal auf die übersicht wieder f2 und jetzt habe ich wieder eine funktionierende karte jetzt zunächst nach hörsten jetzt hole ich hier mal rein so wo soll ich denn abliefern ist es das ich fliege erstmal zu dem planeten selbst und orientiere mich dann vor ort das ist in der regel etwas einfacher als mit dieser fummeligen karte okay wer ist dann gekommen wir sehen dort müssen wir einmal ein paket abliefern dann fliegen wir erstmal daheim okay so 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 Wie ihr seht, hier sind wir jetzt im Nachtmannflug. Da empfiehlt es sich durchaus die Scheinwerfer anzumachen und das geht in dem Schiff mit der Taste L. Wir können uns schon mal merken, welches Paket wir abliefern sollen. Wir sollen das Paket mit der Endziffer 445 abliefern. Diesmal parke ich auch etwas näher an dem Gebäude, da muss ich nicht so schnell rennen. Wir brauchen das Paket mit der Nummer 445, zum Glück ist das direkt das oberste. Jetzt schnappen wir uns und dann wieder ausgeliefert. Ganz schön stürmisch hier. Jetzt müssen wir einmal schauen, wo wir es abliefern müssen. In der Regel sind das diese Automaten hier. Hier müssen wir einmal sagen, ob wir etwas abliefern oder abholen möchten. In diesem Fall möchten wir etwas abliefern. Manchmal muss man die Kisten auch auf Betten stellen, aber es ist entsprechend markiert. Mal reinstellen. Jetzt warten. Oder akzeptiert. Alles in Ordnung. Auf zur nächsten Drop-Location. Oh, unser Haufen ist umgefallen, macht aber nichts, ich kann trotzdem drüber laufen. Das ist auch gut zu wissen. Okay. Oh. Oder auch nicht. Jetzt bin ich aus dem Schiff rausgeglitscht. So, Ordnung wieder hergestellt, kann weitergehen. Und ihr solltet immer darauf achten, hinter euch die Tür wieder zuzumachen. In diesem Schiff geht es automatisch. Bei anderen müsst ihr das manuell machen. Ansonsten kann auch ein gegnerischer oder ein nicht so freundlich gesondter gesinnter Spieler euer Schiff betreten und euch die Pakete klauen. Einfach nur, wann er es kann. Also immer vorsichtig sein. Um zu wissen, wann ihr die Atmosphäre verlassen habt und springen könnt, könnt ihr auch einfach Taste B drücken. Momentan seht ihr, dass die Icons alle rot sind. Das heißt, ihr könnt diese Icons, diese Position nicht anspringen. Aber wir können jetzt einfach warten, bis sie weiß werden und dann wissen wir, dass wir hoch genug gestiegen sind. Als nächstes müssen wir dann nach Hörl L2 und dann setzen wir da mal den Kurs hin. Die Außenposten findet man immer außerhalb des eigentlichen Planetensystems. Ich nehme mal an, auf den Lagrange Punkten oder in der Nähe von interessanten Asteroiden. In dem Fall ist es hier in dieser Ansicht rechts von mir. Kurs setzen. Auf geht's! In diesem Fall hat er mir einen Punkt ausgesucht, der ist leider obstructed. Und da ich einen Kurs geplottet habe, gibt er mir jetzt auch kein OM als Zwischenziel. Das heißt, ich muss leider die Route noch einmal löschen und manuell einmal um den Planeten fliegen. Ich soll in diese Richtung. Ich suche mir einfach den nächsten Punkt. Spoole, spring da hin. Und man kann einen Sprung auch mit erneuten Drücken von der Taste B wieder abbrechen. Das heißt, ich springe, ich drücke direkt wieder B, halte B gedrückt. Und jetzt bin ich, glaube ich, den Planeten hinter mir gelassen und kann da hin springen, wo ich eigentlich hin möchte. Ich muss nur einmal wieder den Kurs setzen. Hier sind wir jetzt eingetroffen bei der Station und müssen erst wieder ranfliegen, damit wir eine Landeerlaubnis einholen dürfen. Wir sind immer noch 52 Kilometer entfernt, das heißt, wir können auch versuchen, etwas näher ran zu springen. Und den Rest müssen wir dann zu Fuß fliegen. Unter das DX könnt ihr übrigens die Afterburner-Bremsen reinhauen, um schneller zum, um schneller eure Geschwindigkeit zu reduzieren. Und seid immer schön vorsichtig. Bei diesen Missionen solltet ihr auf jeden Fall vermeiden, irgendwo zu crashen oder zu explodieren. Denn sonst ist die Mission gescheitert, weil natürlich eure Pakete zerstört wurden, wenn die im Schiff waren. Dann werden sich die Leute bestimmt freuen, dass ich ihnen hier eine Kiste mit Bio-Weather-Material durch die Station schleppe. Und jetzt müssen wir herausfinden, wo wir das abgeben müssen. Ich vermute mal im Administration Office und das findet man auf diesen Raumstationen, wenn man zu den internal Elevators geht und dort auf die Galerie fährt. Hier gibt es auch diverse Shops und Restaurants. Hier findet man auch Shops für Schiffskomponenten oder Waffen. Oder auch wieder für Rüstung und Feuerwaffen lohnt es sich durchaus mal einen Blick reinzuwerfen. Und auch hier finden wir wieder einen Automaten. Und das Paket ist abgeliefert. Objective Complete. Und wir haben unsere ersten 8.000 Credits verdient. Yeah! Mir hat das persönlich viel zu lange gedauert für 8.000 Credits. Und deshalb zeige ich euch als nächstes, wie man doch deutlich schneller Credits verdient. Aber das sollte eine kleine Übung sein, damit ihr den Umgang mit eurem Schiff erlernt. Starten, landen, navigieren. Und wenn ihr damit jetzt einigermaßen vertraut seid und euch sicher fühlt, dann können wir jetzt mal zum Raumschiff und zum Weltall Kampf übergehen mit Bounty Hunting. Nächst einmal bin ich aber reichlich durstig und hungrig, wie man links unten sieht. Auf 31% und 64%. Guten Tag! Und deshalb schauen wir jetzt erstmal, dass wir was zu futtern und zu trinken finden. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen suchen. Oh, hier sehen wir schon ein Shop für Schiffswaffen. Hier seht ihr schon eins der größeren Kaliber. Ein Rhino Repeater. Ich denke mal Size 5 oder 6 dürfte das sein. Ein anderes Size 1 Waffen. Auch wieder die Terminals. Terminals. Ei, ich geh mal wieder. Das haben wir hier oben. Platinum Bay. Hier gibt es Schiffskomponenten wie bessere Schilde, bessere Power Plants. Ihr könnt eure Schiffe entsprechend ausstatten und verbessern, wie ich schon erwähnte. Was sich auch empfiehlt, dass man erstmal ein bisschen Geld verdient, um sein Schiff aufzumotzen. Oder man spart das Geld an, um sich direkt ein besseres Schiff zu kaufen. Das kommt auf einmal mit gestartet. Aber das macht es auf jeden Fall einfacher. Hier haben wir einen Pizza Stand. Mal gucken, ob es hier was gibt. Auf jeden Fall müsste es hier was zu trinken geben. Ja. Wenn auch nur ungesunde Limos. Ah, hier gibt es auch Wasser. Das ist doch was. Denn hier muss man auch aufpassen, die Nahrungsmittel haben unterschiedliche Buffs. Je nachdem, ob man gesundes oder ungesundes nimmt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Okay. Um was Essen zu trinken zu können, geht natürlich nicht, wenn man Helm auf hat. Deshalb muss man erstmal den Helm absetzen. Das könnt ihr entweder über den Inventory Manager machen. Mobiglas auf. Ausrüstungsmanager aufmachen. Rüstung auswählen. Helm auswählen. Und bei dem Helm, den man auf hat, anequip drücken. Und dann safen. Dann nimmt man den Helm ab. Das ist Möglichkeit 1. Jetzt habt ihr gesehen, dass die Anzeigen verschwunden sind. Die sieht man nicht, wenn man keinen Helm auf hat. Wenn man keinen hat mehr einblenden kann. Jetzt kann ich mir hier erstmal eine Flasche Wasser kaufen. Die habe ich jetzt in der Hand. Links klick gedrückt halten. Und auftanken. Das war gut. Jetzt versuchen wir mal, ob wir das auch, wie es sich gehört, vernünftig wegräumen können. Wir möchten das placen. Wir möchten das placen. Und zwar in den Mülleimer. Ah. Ha. Geschafft. So mehr oder weniger. Jetzt ist es verschwunden. Na gut. Die Frage ist, gibt es hier auch was zu essen. Erstmal können wir kontrollieren mit F und Rechtsklick. Bekomme ich das eingezeigt? Nein, bekomme ich hier nicht eingeblendet ohne Helm. Das ist schade. Es gibt hier über das Rechtsklick-Menü, wenn man F gerückt hält, Rechtsklick. Allerdings auch einige Schnellaktionen. Und unter anderem gibt es hier auch den Helm Equip-Button, den man benutzen kann. Den kann man auch anklicken. Es gibt genauso einen An-Equip-Button. Und das ist dann die viel schnellere Möglichkeit. Wir müssen etwas Geduld haben, bis der Helm auf und ab gesetzt ist. Das kann schon mal einige Sekunden dauern. Jetzt können wir gucken, ob wir was zu essen bekommen. Ne, das ist nur Wasser, keine Pizza. Ne, nichts zu essen. Das ist schade. Dann schaue ich mich ein bisschen weiter um, ob ich woanders noch was zu essen bekomme. Aber ganz so hungrig bin ich auch nicht. Getränke sind da schon wichtiger. Hier haben wir auch einen Laden für Feuerwaffen, wie ihr seht. Und mit euren ersten verdienten Credits könnt ihr euch jetzt überlegen, ob ihr euch schon mal ein bisschen Rüstung oder eine Feuerwaffe kauft. Oder ob ihr das Geld lieber anspart. Hallo, ich habe Hunger. Gebt mir was zu essen. Die zuverlässigsten Läden für Essen und Trinken waren für mich bisher Taco-Läden und Hotdog-Stände. Alle anderen scheinen noch nicht so richtig bestückt zu sein. So, ich bin wieder einmal zu den Hangars gefahren. Jetzt gucke ich mich hier mal um. Normalerweise wird hier auch noch mal irgendwo ein Hotdog-Stand versteckt. Vielleicht habe ich ja Glück. Hier geht es zu den Wohnbereichen, wo man auch wieder spawnt. Auf dieser Station scheint es aber tatsächlich nichts zu essen zu geben. Zumindest habe ich nichts gefunden. Naja, das macht nichts. Wir werden schon noch an einem Hotdog-Stand vorbeikommen. Wie schon erwähnt ist das Bounty Hunting Moment eine der lukrativsten Möglichkeiten Geld zu verdienen. Daneben gibt es auch das Minern. Das schauen wir uns später noch an. Aber jetzt gibt es erstmal ein bisschen Action. Zu dem Zwecke hole ich mir mal die Mustang Alpha aus dem Hangar. Die kann man durchaus als Jäger bezeichnen. Mit der Aurora kann man das aber genauso gut machen. Auch als Starterschiff erhältlich. Und wir müssen nach Pack 04. So, kurzer Helmcheck. Gerade nach Essen und Trinken. Immer wichtig einmal zu gucken. Nicht, dass wir gleich auf der Plattform ersticken. Und da ist das gute Stück. Da haben wir dann mal ein bisschen Abwechslung. Hier sieht man an den Flügeln noch zwei leere Hardpoints. Eine für Missiles und noch eine für eine weitere Waffe, die man anbringen könnte. Und Standardbewaffnung sind hier vorne. Die beiden Geschützer an der Nase. Sieht schon stylisch aus. Schon aggressiv. Aber mal hoffen, dass das auch was taugt. Da mal reingestiegen. Ihr seht schon, das funktioniert hier ein bisschen anders als bei der Aurora. Und anders als bei der Aurora haben wir hier halt auch keinen Aufenthaltsbereich, wo wir Kisten abstellen könnten. Das ist wirklich ein reiner Explorer und als Kampfschiff geeignet. Aber ansonsten recht eingeschränkt, was die Nutzungsmöglichkeiten angeht. Wollen wir die Kiste mal starten? Sind jetzt auch schon die Flügel ausgefahren? Aha, jetzt sind auch die Flügel aus... Ne, noch nicht. Die Flügel sind noch nicht ausgefahren. Wollen wir doch mal starten? Landing gear einfahren. Und damit fahren auch die Flügel aus. Na guck. So sieht das Schiffchen aus. Fein. Alles klar, dann wollen wir doch mal schauen. Bounty Hunting. Zum Bounty Hunting muss man sich zunächst einmal eine Lizenz freischalten. Das kann man machen, indem man das Mobiglas geht auf den Contract Manager. Und dort findet man einen Reiter Bounty Hunter. Und hier gibt es die Tracker Training Permit Certification. Die muss man sich für 500 Alpha UEC kaufen. Und dann bekommt man einen Auftrag, ein Target zu jagen. Und wenn man das geschafft hat, dann ist man in die Bounty Hunter Gilde aufgenommen und bekommt Aufträge, mit denen man ziemlich gut Geld machen kann. Und wenn man diese erste Mission hier schafft, dann ist man zertifiziert, um die Very Low Risk Targets zu jagen. Also die einfachsten und kleinsten Ziele. Und wie wir sehen, müssen wir hier 33 Millionen Kilometer hinter uns bringen. Schauen wir mal, wo das ist. Offensichtlich bei Crusader. 33 Millionen Kilometer ist schon eine ganz ordentliche Strecke. Da brauchen wir schon ein paar Minuten für. Also genau der richtige Zeitpunkt, um sich einen Kaffee zu besorgen. Nach einem kurzen Schnitt bin ich so gut wie bei Crusader angekommen. Leider ist gerade aus irgendeinem unerfindlichen Grund die Mission als gescheitert angezeigt worden. Aber immerhin habe ich das Geld zurückbekommen. Das heißt, ich muss jetzt einmal in den Contract Manager gehen und die Mission neu annehmen. Und dann hoffe ich mal, dass die Mission trotzdem wieder hier bei Crusader sein wird. Damit ich nicht 30 Millionen Kilometer wieder in eine andere Richtung fliegen muss. Ansonsten muss ich mit den kleinen Schiffen vermutlich auch zwischendurch mal auftanken. Aber das mache ich dann jetzt, wenn wir bei Crusader eingetroffen sind. Die Sicht in diesem Cockpit ist doch schon was ganz anderes als in der Aurora. Keine störenden Verstrebungen oder ähnliches. Eine tolle Sicht in dem Teil. Aber wir gucken jetzt mal nach den Contracts. Bounty Hunting Tracker nochmal annehmen. Den müssen wir diesmal schnappen. Ist schon getrackt. Und wie ich schon befürchtet habe, nochmal in die andere Richtung. Und natürlich nicht genug Treibstoff. Dann suche ich mir mal die Raumstation zum Auftanken. Das ist halt immer noch eine Alpha. Darf man nicht vergessen. Es funktioniert noch nicht alles so wie soll. Das ist halt immer noch eine Alpha. Da kann sowas schon mal passieren. Aber so seht ihr zumindest auch mal Port Olisar. Das war die erste Raumstation. Die eingebaut wurde in das Persistent Universe. Und die ist nach wie vor ein Klassiker. So, jetzt bin ich bei Port Olisar gelandet und kann euch jetzt zumindest mal zeigen, wie das mit dem Auftanken funktioniert. Dazu geht ja mein Mobiglas. Geht unten auf den Vehicle Maintenance Punkt. Und normalerweise sollte man das jetzt hier anklicken können. Das heißt, ich werde nochmal starten, nochmal landen und gucken, ob es dann funktioniert. Oder ich gehe einmal in die Station rein und spiele das Fahrzeug neu. Dann sollte das auch funktionieren. Alpha halt. Ihr habt nämlich immer die Möglichkeit, euer Schiff, wenn es auch an der Plattform steht, zu storen eigentlich. Aber hier muss ich tatsächlich claimen. Na gut, da muss ich heute auf den Claim warten. Claimen passiert immer, wenn euer Schiff irgendwie abhanden gekommen ist. Sei es durch Zerstörung oder anderweitig, dass ihr anderweitig von eurem Schiff getrennt werdet. Dann könnt ihr ein Claim ausschreiben und dann müsst ihr etwas warten und das Schiff ist wieder da. Je größer das Schiff, desto länger ist die Claimzeit. Wenn ihr die nötige Kohle über habt, könnt ihr auch eine Expedite Fee bezahlen. Dann gebt ihr ein paar Credits ab und bekommt das Schiff dafür sofort oder bei größeren Schiffen deutlich schneller. Jetzt warte ich ja mal noch ein bisschen Zeit und dann steige ich wieder ein und dann gucke ich mal, ob ich auftanken muss. Manchmal gibt es das dann schon auch wieder aufgetankt. Aber pro aufgetankt, hier im Waffenladen auf Port Olisar, habe ich ein paar Müsli-Riegel kaufen können im Waffenladen. Jetzt bin auch ich wieder aufgeladen, habe keinen Hunger mehr und dann kann es gleich weitergehen mit dem Bounty Hunting. Hoffe ich doch. So, der Schiff ist wieder verfügbar und es ist tatsächlich als Startership und leichter Frachter klassifiziert. Da ist tatsächlich 4 SCU Cargo Spacered. Aber mit diesen 4 SCU kann man nicht wirklich viel Geld verdienen. Also, ja, als Frachter würde ich das jetzt nicht unbedingt ansehen. Aber immerhin, man kann damit Frachtmissionen. Das heißt Mission, man kann damit ein bisschen handeln, aber da sollte man nicht wirklich viel von erwarten. So, jetzt hole ich das Schiff wieder heraus und dann geht es weiter. Es ist auf der Mission kein Timer drauf, daran kann es also nicht gelegen haben. Es könnte sein, dass in dem Missionsgebiet, wo ich hätte hinfliegen sollen, inzwischen ein anderer Spieler gewesen ist und dann einfach dort alle Piraten abgeschossen hat. Vielleicht ist unser Target da schon rumgeflogen, alles nicht ausgeschlossen. Wenn ein anderer Spieler das eigene Target abschießt, also ein Spieler, der nicht in der eigenen Party ist, dann gilt die Mission als fehlgeschlagen. Das ist das einzige, was ich mir gerade erklären kann. Oder es war schlichtweg verbuggt. Wenn ich mich richtig entsinnere, kann man hier tatsächlich die Cargo Bay ausfahren. Und hier ist der Platz für die 4 SCU Cargo. Auch schick. Ihr könnt euch schon vorstellen, dass dieser Platz nicht für unglaublich viel Fracht reicht. Hier habe ich jetzt gerade einen Bug, dass mein Charakter nur nach oben schaut. Das hat man auch manchmal beim Einsteigen. All systems operational. Dass man nur nach links guckt, nach unten, nach oben, woher noch immer. Da kann man einfach mal versuchen auszusteigen, wieder einzusteigen. Und oftmals begeht das das Problem schon. Ah, da hat er schon hinterher so nach oben geguckt. Ja, das hat nicht geholfen. Ich muss jetzt nochmal vor dem Mobilglas aufzu- und Interaktionsmodus von der anderen Seite einsteigen. Geht das überhaupt? Es geht tatsächlich gar nicht. jetzt funktioniert es wieder so wir sind wieder in unserem schiff wir können starten und jetzt gehe ich wieder zurück nach oersten da bin ich wieder zurück in oersten noch ist die mission aktiv ich muss hier einmal um den planeten herum springen diesmal das funktioniert mit der om-boje jetzt kann ich hier nach aberdeen springen das ist der mond wo die mission sein wird und hier noch ein kleiner tipp wenn ihr angekommen seid beziehungsweise wie ihr zu eurem ziel navigiert wenn ihr die karte aufruft das ist jetzt der mond wo ich hin sollte seht ihr hier eine navigationsboje und das gilt es als ziel zu setzen und auch hier müsst ihr wieder es ist manchmal sehr fummelig das wirklich zu erwischen bei mir klappt es zum beispiel gerade nicht ich kann zwar den mond setzen aber nicht navigationsboje das liegt manchmal auch daran dass man keine freie sicht hat ist bei mir jetzt nicht der fall aber manchmal ist das so jedenfalls könnt ihr von diesen rendezvous beacons auch mehrere gleichzeitig haben falls ihr mehrere missionen angenommen habt diejenige die für eure aktuell getrackte mission ist erkennt ihr immer daran dass hier der name und das neutralize eures bounties dran steht also das ist dann die richtige versuch noch mal das jetzt richtig ins target zu bekommen jetzt kann ich es auswählen das ist der weg mit dem ihr am nahesten dran kommt an die location die location ist meistens wie hier ein asteroidenfeld oder auch eine raumstation und da ist auch schon das target angekommen manchmal muss man ein bisschen länger warten aber wir können jetzt schon mal in die richtung fliegen ich halte meine kampfgeschwindigkeit meistens im grünen bereich oder gehe auch manchmal leicht in den roten rein das kommt auf das schiff an wie träge es sich verhält wichtig ist dass ihr g drückt bis hier auf den automatischen modus seit sofern ihr gegimmelte waffen habt das heißt waffen die sich selber drehen können das macht das ziemlich deutlich einfacher es gibt auch fixed weapons jetzt haben wir einen kontakt festgestellt und müssen das aufschalten das ist zum beispiel die taste t oder die taste 5 für feindliche ziele jetzt seht ihr dass sich das fahnenkreuz verändert wenn wir in die nähe des vorhalte punktes kommen das heißt wir haben das system hat aufgeschaltet und mit der entsprechenden maustaste wo unsere waffen drauf liegen können wir das feuer eröffnen ich lasse meistens die cruise control eingeschaltet damit ich auf jeden fall damit ich auf jeden fall etwas geschwindigkeit drauf habe um kein leichtes ziel zu sein da flucht er schon die waffen überhitzen mit der zeit deshalb muss man manchmal ein bisschen mit den salven aushalten ich strafe auch immer mit den tasten a und d ebenfalls um keiner zu leichtes ziel zu sein gerade die ke gegner die sind nicht so richtig gut im zielen da hilft strafen jetzt weiß ich den gegner kleid zu kriegen gerade dieses verhalten der schiffe das überhitzen kann man hat beeinflussen indem man bessere systeme einbaut bessere kühler, bessere powerplans, bessere waffen natürlich denn ihr seht schon mit diesen zwei kleinen waffen die ich an dem starterschiff momentan dran habe dauert es schon ganz schön lange wir müssen doch immer darauf achten dass er den gegner nicht rammt weil das tut auch ganz schön weh inzwischen hat er auch schon freunde mitgebracht die uns jedenfalls beschießen manchmal biegen sich die kleine alfa auch einfach mal noch bis zur seite was auch nichts ungewöhnliches mit dem schiff habe ich leider auch keine raketen es empfiehlt sich also doch für bounties das schiff so schnell wie möglich zu graden entweder mit besseren ausrüstung jawoll oder auf ein besseres schiff auf einen besseren fighter und geschafft's und geschafft's und geschafft's Jetzt haben wir die Certification erhalten, um Bounty Missionen fliegen zu dürfen, die uns auch Geld bringen. Aber jetzt versuchen wir erstmal rauszuspringen aus dem Bereich hier. Lassen sich noch Piraten ankommen, die uns hier wegschießen. Das liegt am Grundsatz an uns hier too close, obwohl das eigentlich nicht sein dürfte. Dann fliegen wir zum OM-2. Dann schauen wir jetzt mal an unseren Contract Manager, was es da gibt. Da gibt es nämlich noch einen kleinen Trick bzw. Hinweis. Und zwar gibt es unter den Punkten Mercenary auch aktuell immer eine Mission Call to Arms. Und hier kann man sehen, dass diese für Abschüsse von Gegnern mit Crime Stat nochmal extra Geld bringt. Es ist also immer empfehlenswert, bevor man zu Bounties aufbricht, die Mission anzunehmen. Dann gibt es für jeden Abschuss, den man macht, immer noch ein bisschen extra Kohle, sofern die Gegner halt einen Crime Stat haben. Und jetzt schauen wir in die Kategorie Bounty Hunting, was wir hier jetzt finden. Und wir finden jetzt, dass wir eine Beginner Certification abschließen können für 1000 UEC. Die müssen wir uns allerdings auch schon wieder kaufen. Und eine Contractor Mission gibt es hier auch noch. Und hier sehen wir schon, hier können wir uns 4000 UEC mitverliehen. Okay, und bei dieser Certification Mission steht jetzt auch dabei, dass wir danach erlaubt sind, Low Risk Targets zu jagen. Mal kurz in die History schauen. Bei dieser Mission, die wir gerade gemacht haben. Ja, das ist das Zertifikat für Very Low Risk Targets. Also eigentlich sollten wir die jetzt machen können. Aber die tauchen noch nicht immer sofort hier im Bounty Hunting Menü auf. Da muss man dann ein bisschen warten oder sich da mit anderen Dingen beschäftigen. Ich nehme jetzt einfach mal hier die Mission für 4000 an und mal gucken, was passiert. Die Standard Bounty Missionen sind dann normalerweise auch immer in dem System, wo man sich aufhält. Und nur für die Certification Permits muss man die Location ändern, also die Planeten wechseln. In diesem Fall ist unser One-Devo Beacon diesmal bei Magda. Und bei den ersten Missionen sieht es noch nicht nach sehr viel Belohnung aus. Da haben wir 4.000 UEC oder 5.000 UEC. Aber bei den späteren Missionen, gerade bei den Move Permits, die später dazukommen, bei den High Risk und Very High Risk Targets, verdient man 40.000 oder 60.000 Credits auf einen Schlag. Und das sieht auch dann schon ganz anders aus. Das Muster ist immer dasselbe. Man bekommt einen Ronnevo Beacon. Das ist in der Regel bei den Monden des jeweiligen Planeten. Dann setzt man den Kurs da drauf, springt dahin, eliminiert das Target und man kann direkt weitermachen. Zwischendurch immer mal wieder landen, aufmunitionieren falls nötig oder Sprit aufladen falls nötig. Jetzt muss ich mal noch die richtige Mission tracken. Der hat bei mir umgeschaltet auf die Mercenary Mission. Da ist er auch schon. Und das ging jetzt auch schon deutlich schneller als die andere Mission. Vorhin hatten wir mit der Eclipse ein bisschen Pech. Das ist schon ein ziemlich dicker Pot. Aber das ging auch jetzt schön zügig. Das waren leicht verdiente 4000 Alpha UEC. Und sie haben jetzt auch eine von den Very Low Risk Target Missionen, die jetzt aufgetaucht sind. Und die laufen auch nach dem gleichen Muster ab. Ich track die mal. Schauen wo wir hin müssen. Die ist mal wieder bei Aberdeen. Die ist mal wieder. Weapon System, failure imminent. Tag has been destroyed. Weapon System, failure imminent. Tag has been destroyed. Want to travel? Engage. Ja, so funktioniert also das Bounty Hunting und ihr seht, ich habe jetzt in sehr kurzer Zeit die 4000 Credits verdient, die ich vorhin mit dieser super langen Delivery Mission verdient habe. Und mit den höheren Missionen geht das Geld verdienen umso schneller. Ich kann euch aber empfehlen, von den Starterschiffen relativ süßig abzugraden. Also entweder die Starterschiffe selber besser auszustatten, das dürfte auch schon einiges bringen. Aber vielleicht auch später auf ein potenteres Kampfschiff, wenn ihr es denn mit dem Bounty Hunting ernst nehmen wollt. Aber dann müsst ihr mal schauen, was euch am besten gefällt. Ob ihr lieber traden wollt, ob ihr lieber Bounty hunden wollt. Oder ob ihr lieber Mining machen wollt. Das schauen wir uns mal als nächstes an. Und dazu bin ich jetzt auf dem Weg nach HURL1. Hier ist HURL1, das ist ein Mining Außenposten. Ja, und hier kann man bestimmtes Equipment für Mining kaufen, auch zu einem günstigeren Preis. Deshalb werde ich jetzt hier landen und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt brauche ich noch mal, ob ich euch hier das Auftanken und Reparieren zeigen kann. Hier funktioniert es. Hier kann man dann auswählen, ich möchte reparieren und ich möchte auftanken. Das Ganze wird einmal bestätigt. Und dann muss man erst was warten, bis auch tatsächlich wieder aufgetankt wurde. Auf der rechten Seite sieht man jetzt, dass hier die Anzeigen aufgefüllt werden. Das passiert nacheinander. Beim Reparieren blinkt einmal unten links kurz das Schiffseicon auf. Und dann ist auch schon alles wieder im Butter. Auf geht's in die Station. Alright, hier bin ich nun also auf dem Mining Außenposten HURL1. Der ist hier gelegen. Und seit diesem Patch gibt es hier eine Erneuerung. Wie ihr sehen könnt, sind hier die Schiffsterminals, die Lobby. Und zwar gibt es hier nun einen neuen Abschnitt, den man mit den internen Fahrstühlen erreichen kann. Das holen wir uns gerade mal ein. Und zwar ist das die Raffinerie. Auf der einen Seite kann man in der Raffinerie Erze, die man mit großen Schiffen abgebaut hat, wie der Prospector oder der Mole von Asteroiden oder großen planetaren Brocken, hier raffinieren und bekommt dann dafür quasi das doppelte Geld, wenn es raffiniert wurde. Das kostet allerdings Zeit und Geld, das zu raffinerieren. Auf der anderen Seite gibt es hier jetzt aber auch einen speziellen Mining Shop, in dem man allerlei Mining Bedarf bekommt. Und das sogar günstiger als in anderen Shops, wenn man zum Beispiel in Städten oder auf anderen Stationen unterwegs ist. Da sind wir. Das ist die Raffinerie, die sieht schon sehr beeindruckend aus. Echt schön gemacht. So, man muss in der Raffinerie quasi hier geradeaus durchlaufen. Ja, still gestanden. Ach ja, die MPCs. Man kann hier die Treppe hochgehen. Und hier findet man die Terminals zum Verkaufen von seinem abgebauten Erz oder auch zum Raffinieren. Das zeige ich euch jetzt allerdings nicht. Sondern für uns ist interessant, wenn man hier unten reingeht. Hier ist nämlich dann der Mining Support Shop, der Mining Support Center. Hier könnt ihr auch Getränke und Essen kaufen. Ihr könnt hier auch Mad Pins und Oxi-Pins kaufen. Aber was uns interessiert, ist zum einen diese Rüstung hier. Das ist die sogenannte Pembroke Armor. Die ist besonders geeignet, um in extremen Außen-Bittungsbedingungen zu arbeiten. Die Pembroke Armor ist für extreme Hitze ausgelegt. Und es gibt dazu auch noch eine, ich glaube, Noth-Risk heißt die Armor für extreme Kälte. Hier seht ihr schon, dass die von minus 75 Grad bis plus 225 Grad geht. Bei der anderen Rüstung ist es dann quasi umgekehrt so ungefähr. Und hier kostet die Rüstung nur die Hälfte. Nämlich nur 5.000 statt sonst 10.000 Credits. Ich kann euch empfehlen, die zu kaufen. Die Rüstung hat auch einen riesigen Rucksack, wie ihr hinten sehen könnt. Da passen bis zu 109 Erzbrocken rein. Erzbrocken beziehungsweise das sind dann nicht Erze, sondern das sind dann Kristalle. Und das heißt, wenn ihr so einen Rucksack voll macht, habt ihr da ungefähr 30.000 Credits an Gegenwert drin, wenn das voll Hadanit ist, dem wertvollsten der Kristalle. Und dazu braucht ihr auch noch den passenden Helm. Ansonsten ist euer Schutz halt nicht vollständig. Dann wirkt dieses bis 225 Grad Celsius halt nicht. Auch der Helm ist hier etwas günstiger. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das könnt ihr entweder hier direkt an den Manikör kaufen. Oder aber hier gibt es auch irgendwo Shopping Terminals, wo ihr direkt einkaufen könnt. Üzer, diesen Automaten. Hier, hier sind sie, wo Clothing steht. Da bekommt ihr nicht nur Kleidung, sondern alles, was dieser Shop hier anzubieten hat. Zum Beispiel auch diese Miningköpfe für die größeren Schiffe. Und was ihr auch kaufen könnt, ist das Multitool, das Greycat Multitool. Das solltet ihr euch auch auf jeden Fall kaufen. Und dazu gibt es auch verschiedene Aufsätze. Nehme ich zum einen einen Aufsatz zum Minern per Hand. Das Orbit, das könnt ihr euch auf jeden Fall kaufen. Es gibt auch einen Cutter-Aufsatz und noch einen Traktor-Strahl-Aufsatz. Es schadet nicht, wenn man die alle abt. Dann müsst ihr gucken, was euer Budget so hergibt. Mit dieser Ausstattung könntet ihr schon mit den Mannern loslegen und das zu Fuß erledigen. Allerdings ist die Ausbeute, es ist ganz relativ mühsam, sage ich mal. Dann müsst ihr in eine entsprechende Höhle finden, dorthin fliegen und dort zu Fuß hingehen. Und kleinere Brocken finden, die aufknacken. Und dann bekommt ihr aus einem so Brocken sieben, acht, neun Stück vielleicht raus. Wenn ihr Glück habt, das dauert aber ewig. Was ich euch empfehlen kann, dazu benötigt ihr auf jeden Fall auch die Amor, ist allerdings das Minern mit einem Mining-Bodenfahrzeug, nämlich dem Great Cat Rock. Und glücklicherweise haben wir noch weitere Terminals, nämlich diese Vintage Terminals. Ihr erinnert euch, hier kann man Fahrzeuge mieten. Und in diesem speziellen Shop könnt ihr euch dann hier zum Beispiel die Great Cat Rock mieten. Und das geht schon los mit gerade mal 5500 Credits für einen Tag. Das habt ihr also mit 1, 2, 3 Starter Bounty Missionen ganz schnell verdient. Was ich euch dann allerdings auch noch empfehlen würde, ist, dass ihr auch ein Fahrzeug habt, oder ein Schiff habt, mit dem ihr dieses Ding transportieren könnt. Ihr könnt das zwar an einer Mining-Station auf einem Mond spawnen und dann damit einfach losdüsen. Allerdings sind die Entfernungen relativ weit und dann dauert das Ganze etwas länger. Wenn ihr allerdings keine Optionen habt, ein entsprechendes Schiff zu benutzen, dann kann man das auch so machen. Da müsst ihr schauen, ob sich das dann wirklich lohnt. Alternativ könnt ihr euch hier auch noch, das soll sich mal hier durchklicken, eine Cutlass Black Ausline. Die ist natürlich schon relativ teuer, die kostet hier schon 43.000 für einen Tag. Allerdings habt ihr diese Ausgaben mit einem Ausflug quasi auch schon wieder drin, wenn ihr da eine Weile zugange seid. Ich sag mal, in ein, zwei Stunden habt ihr das Geld durch Miner wieder reingeholt. Allerdings ist euer Profit natürlich entsprechend größer, wenn ihr nicht erst ein teures Schiff noch dazu mieten könnt, sondern nur die 5500 Credits für den Rock ausgebt. Die Prospector kann man sich hier zum Beispiel auch mieten. Das ist ein Ein-Mann-Mining-Schiff, mit dem ihr auf Asteroiden oder große Brocken auf Planeten knacken könnt. Das zeige ich euch gleich noch die Unterschiede. Allerdings kann man mit der Prospector nur relativ kleinere Brocken aufknabbern, weil ja finde ich, lohnt sich das Ausleihen der Prospector nicht unbedingt. Das lohnt sich erst, wenn man eine eigene hat und da auch einen besseren Mining-Kopf draufsetzen kann, der mit allen Brocken quasi klarkommt. Das sind die Schiffe, beziehungsweise die Fahrzeuge, die es hier auszuleihen gibt. Ja, und ich zeige euch jetzt mal, wie so ein Mining mit der Rock und einem entsprechenden Schiff aussieht. Dazu laufe ich jetzt mal zurück zu den Schiffsterminals. So, wie ihr sehen könnt, sieht man das hier überhaupt? Nein, sieht man das tatsächlich nicht, aber ich besitze die Rock bereits, denn ich habe mir die Rock für In-Game-Credits gekauft. Ich habe da um die 150.000 Credits für zusammen gefarmt und dann kann man sich den Rock auch permanent In-Game kaufen. Und zwar unten bei New Deals in Lorville, was wir uns am Anfang schon einmal angeschaut haben. Jetzt werde ich hier mal einen Schiff rausholen, mit dem ich das Ding auch transportieren kann. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier auch die Cutlass Black. Da passt der Rock recht bequem rein. Der fällt unter die Kategorie Medium Frighter, also mittlerer Rachter. Kann man auch als Starterpaket kaufen. Allerdings geht es auch noch mal kleiner, nämlich die Nomad. Das ist quasi ein kleinerer sozusagen Pick-up-Truck der Schiffe. Gilt auch als Starterschiff, kann man auch mit einem Spielpaket zusammen kaufen. Und damit geht das tatsächlich auch ganz gut. Und das hole ich jetzt mal raus und dann fliegen wir mal zu einem Mond. Und da ist das gute Stück. Und wie ihr sehen könnt, gibt es hier hinten eine Ladefläche. Die kann man hier runterlassen. Hier passen auch die 24 SCU Cargo drauf, die das Schiff transportieren kann. Damit könnt ihr sehr gut, das heißt sehr gut, aber ihr könnt auf jeden Fall schon mal ordentlich mit traden am Anfang. Da passt schon ordentlich was rein. Und diese Ladefläche ist gerade groß genug, um da auch einen Rock drauf zu fahren. Oder ein anderes Bodenfahrzeug mit ähnlichen Ausmaßen. Und das reicht schon, um bequem auf einem Mond Mining zu betreiben. Das Schiff ist auch relativ neu reingekommen. Das hat hier auch kein traditionelles Fahrgestell und sitzt auf dem Boden aus. Dann hat ihr dieses Hovering-System. Hier vorne ist das Cockpit. Drei Waffenpunkte. Ist also gar nicht mal so schlecht auch bewaffnet mit den Gimbals. Und hier ist der Eingang. Hier ist eine gute Kabine. Hier hat man noch ein Bett und ein paar andere Convenience-Geschichten. Hier kann man schon ganz gut aushalten. Jetzt mache ich aber erstmal Licht an. Wenn mich das Cockpit reinlässt. Dankeschön. Oh, jetzt sieht man es doch besser. Hier in einer kleinen Küche mit Kochgelegenheit. Ein paar Gewürze und andere Geschichten. Hier, ganz wichtig, im Weltraum muss man fit bleiben. Proteinpulver und andere Geschichten. Hinter drüben das Bettchen, auf dem man sich halt auch ausloggen kann, wenn man mal im Schiff bleiben möchte und irgendwo anders wieder einloggen möchte und nicht auf der letzten Raumstation. Aber jetzt geht es erstmal los. Suche ich mir jetzt mal einen Mond aus, zu dem ich fliegen möchte und wo ich meinern möchte. Raston ist ja das nächstgelegene System. Und ich möchte gerne nach Ebbe dienen. Da war ich schon mal am anderen. Da weiß ich, dass das ganz gut funktioniert. Und dass meine Rüstung das da auch aushält. Also, wie wir es gerne in Route setzen. Und los geht's. Und da ist das schon. Was wir nun tun müssen, ist, einen Mining-Außenposten zu finden. Die haben entweder einen Namen wie zum Beispiel Shubin Mining Facility auf manchen Monden. Auf manchen Monden, wie hier bei Hörsten, haben die allerdings auch Abkürzungen wie HDMS, Hörsten Dynamics Mining, was auch immer. Station vielleicht. Und dazu klicken wir jetzt einmal, oder werfen wir mal den Quantum Drive an und gucken mal, was wir hier finden können. Vorzugsweise auf der hellen Seite des Mondes. Da ist das Mining doch deutlich einfacher. Im Moment sieht es aber so aus, als wäre alles immer auf der dunklen Seite. Dann müssen wir uns halt da erstmal das Fahrzeug holen und dann auf die andere Seite rüberfliegen. HDMS Falsch. Dann fliegen wir hier zu HDMS Anderson. Oh, wir scheinen Glück zu haben. Anderson ist so gerade noch hier auf der hellen Seite. Das ist doch schön. Hier nähern wir uns jetzt der Mining-Station. Und jetzt können wir hier Ausschau halten nach einem Gebäude, daneben dem kleine Spawn-Plattformen sind für die Bodenfahrzeuge. Und damit ich nicht allzu weit mit dem Rock durch die Gegend düsen muss, lande ich hier jetzt in der Nähe. Wenn ich hier einen flachen Untergrund finde. Ansonsten ist der Weg zu den großen Landeplattformen noch ganz schön weit. Ich versuch's mal hier. Landing complete. Engine systems disabled. Nicht vergessen, die richtige Rüstung anzuziehen. Die Pembroke Armor fällt unter die Kategorie Undersuits. Warum auch immer, ist halt so. Wählen wir die also einmal aus. Dann müssen wir einmal abspeichern. Ansonsten bekommen wir den richtigen Helm nicht zur Auswahl. Dann gehen wir rüber zur Armor. Helm, ihr seht schon, die anderen Rüstungsteile bekomme ich jetzt gar nicht zur Auswahl. Und wir suchen uns hier den passenden Pembroke-Hilme heraus. Speichern. Und da ist das gute Stück. Bereit zum Aufbruch. Mal gucken, ob wir das Fahrzeug jetzt vernünftig drauf bekommen, wenn das Ding ausgefahren ist. Ja, das sollte funktionieren. Das sieht gut aus. Dann müssen wir jetzt hier in das benachbarte Gebäude laufen. Und dort sind die Terminals zum Spawn. Und hier unten seht ihr die Dracket Rock. Wie gewohnt. Auf Retrieve klicken. Und das Fahrzeug wird ausgeliefert. BW01, da steht's schon. Wir sehen schon unten links, dass es hier ziemlich warm ist. Temperatur steigt kontinuierlich 150 Grad, 160, 170 Grad. Und genau aus dem Grund brauchen wir unsere Pembroke-Armor. 211 Grad, das hält die sogar nur raus. Denn wie ihr sehen könnt, ist der Rock ein offenes Gefährt. Wir haben da drin also keinerlei Schutz oder Witterung. Deshalb sollten wir das selber gut aushalten können. Dann klettern wir mal rein. Die Fahrzeuge, die Bodenfahrzeuge, steuern sich im Grunde recht ähnlich zu den Schiffen. Wir können auch hier mit R das Fahrzeug hochfahren. Fahrbereit machen. Und dann mit A, W, S, D entsprechend steuern und fahren, wie man es erwarten würde. So, der Trick ist jetzt bei der Nomad, dass man den Rock rückwärts, im Rückwärtsgang auflädt. Damit man den Rock noch wieder verlassen kann. Das sieht gut aus. Nicht zu nah hinten reinfahren, nicht zu weit vorne an die Kante fahren. Jetzt steigen wir mit Z aus. Und jetzt ist es wichtig, dass wir die Rampe nicht wieder einfahren. Wir werden jetzt mit offener Rampe fliegen über den Planeten. Denn ansonsten glitscht der Rock total rum, springt darin rum und könnte rausfallen, auf die Seite fallen. Und dann war es das. Deshalb habe ich festgestellt, dass es am sichersten ist, wenn man die Rampe einfach offen lässt. Wir fliegen sowieso hier nur auf den Planeten ein bisschen rum. Und da ist das sicher genug. Der hat da einen guten Halt drin. Der kann nicht rausfallen, wenn man auf 90 Grad irgendwie einstellt, den Winkel. Also, das ist kein Problem. Jetzt gehen wir wieder an Bord und dann suchen wir uns mal was zum Minern. Wie gesagt, wenn ihr kein Schiff habt, könnt ihr jetzt halt mit dem Rock von dieser Station aus auch losdüsen. Aber wie schon erwähnt, die Entfernungen sind relativ weit. Deshalb ist das mit einem Schiff auf jeden Fall effektiver. So, jetzt hebe ich ab. Wie ihr sehen könnt, der Rock ist hinten stabil drin. Hüpft auch nicht hin und her oder so, sondern sitzt da schön stabil drin. Und jetzt können wir den mitnehmen, wohin auch immer wir möchten. Ich werde jetzt mal ein bisschen aus der Atmosphäre rausfliegen, um ein bisschen Entfernung zu machen von der Station. Weil erfahrungsgemäß ist in der Nähe der Station nicht so viel los. In der oberen Atmosphäre fliegt man ein bisschen flotter. Dann machen wir jetzt erstmal hier ein bisschen Entfernung und gehen dann wieder runter und starten die Suche. Es macht durchaus Sinn, relativ niedrig zu fliegen. Denn wenn wir da die Scanner anschmeißen, suchen wir nach den kleinen, nicht nach den großen Mining-Noden, nach den Diamanten, nicht nach den Felsen. Und die tauchen nur innerhalb von 2 km Radius auf. Deshalb brauchen wir den Scanner auch gar nicht so weit aufladen, aber wir müssen natürlich relativ niedrig fliegen. Damit wir auch mitbekommen, dass wir so etwas finden. Ja gut, damit wir das große Radius noch abklappern können. So, ihr braucht auch gar nicht allzu langsam zu fliegen. Es reicht, wenn ihr im grünen Bereich bleibt. Jetzt drücken wir die Taste Tab, um den Scanner-Modus anzuwerfen. Laden mit der rechten Maustaste gedrückt, halten einmal kurz den Scanner auf. Und jetzt geht die Suche los. Das ist jetzt wirklich ein bisschen Geduldsspiel. Jetzt muss man halt einfach liegen, regelmäßig scannen. Und dann sehen wir gleich hoffentlich irgendwo mal einen großen Würfel auftauchen. Jetzt bleibe ich mal ein bisschen größer auf, für eine größere Entfernung. Hier ist gerade tatsächlich gar nichts. Das heißt, hier unten haben wir jetzt eine Node. Das ist jetzt ein Felsen. Den brauchen wir nicht. Den könnt ihr tatsächlich nur mit der Mole und eventuell mit der Prospection abbauen. Je nachdem, wie groß der Felsen ist. Wir fliegen also weiter. Da ist ein angesprochenes Würfel. Der markiert ein Gebiet, in dem es Node gibt. Hier muss man jetzt ranfliegen. Weiterscannen. Da sehen wir einen Felsen. Den brauchen wir nicht. Ich fliege mal nach links rüber. Und wir suchen jetzt nicht nach Felsen, sondern nach Kristallen. Man muss an die auch recht nah ranfliegen, damit die auftauchen. Aber auch hier ist es nur ein Felsen. Also, weiter suchen. Hier haben wir jetzt zwei Kristalle gefunden. Jetzt schauen wir mal, ob das auch das Richtige ist. Dazu müssen wir ein bisschen ran und die linke Maustaste gedrückt halten für den aktiven Scan. Jetzt bekommen wir mehr Informationen. Und auf der rechten Seite sehen wir, dass wir da Hadanit haben. Das ist genau das, was wir haben wollen. Das ist das Wertvollere von den Kristallen. Es gibt auch noch Dolvinen und noch ein anderes, aber die sind quasi nichts wert. Man sollte sich hier wirklich auf Hadanit beschränken. Das ist das effizienteste. Das zweite scheint auch Hadanit zu sein. Dann suchen wir uns mal einen Landeplatz. Sollte was möglichst Flaches sein, wo man den Rock gut aus- und wieder einladen kann. Hier unten klappt das ganz gut. Das sieht gut aus. Und dann gehen wir mal nach hinten. Und dann gehen wir mal nach hinten. und dann gehen wir mal nach hinten. das heißt wir brauchen einfach nur einsteigen und jetzt seht ihr dass der rock auch diesen scanner hat damit seht ihr auch diese steine und jetzt fahren wir dahin durch die geringe schwerkraft auf dem mond muss man echt aufpassen dass man den rock nicht aus Versehen auf die seite legt weil dann ist vorbei und dann müsst ihr euch einen neuen holen den bekommt ihr so gut wie nicht mehr aufgerichtet und das ist wirklich super schwer so hier haben wir die beiden brocken hier werde ich jetzt stehen bleiben und werde den motor ausmachen weil ansonsten seht ihr schon glitscht das fahrzeug so ein bisschen hin und her und das ist fürs zielen gleich sehr ungünstig das heißt ich werde jetzt hier auf der linken seite engine off machen und hoffen dass der wagen stehen bleibt das sieht gut aus wenn man auf einem zu steilen abhangen ist dann rollt der wagen nämlich weg aber hier bleibt er stehen das ist optimal jetzt müssen wir in den mining modus wechseln das machen wir mit der taste m wie mining dann fährt er hier den rüssel aus der hat jetzt zwei modi der hat einmal einen mining mode und einmal ein extraction mode so sehen die beiden aus mit dem mining mode müssen wir nun erstmal den brocken knacken dann fallen da die ganzen einzelnen kristalle raus und die können wir dann mit dem extraction modus aufsammeln um ihn zu knacken müssen wir jetzt die linke maustaste einmal drücken oder auch gedrückt halten aber mit einmal drücken bleibt er permanent an weil jetzt müssen wir nämlich die mit dem mausrad die energiezufuhr mit mausrad nach oben erhöhen damit auf der rechten seite die anzeige steigt beim charge level und die kunst ist es jetzt mit dem mausrad den strahl so einzustellen dass wir in den grünen markierten optimalen bereich bleiben so lange bis der voll aufgeladen ist das sehen wir jetzt bin ich drin jetzt bin ich drin jetzt muss ich auch energie und jetzt lädt er auf und wenn er ganz links angekommen ist dann wird der rocken geknackt sein und die schönen kristalle die wertvollen kristalle kommen dann raus da muss man halt aufpassen immer ein bisschen mit der maustaste energie rein raus und jetzt schnell alles aufsaugen bevor es runter also einmal mit der rechten maustaste schaltet man die modi um rechte maustaste sofort linke maustaste drauf ziehen und dann saugt er alles auf das gleiche machen wir jetzt noch mit dem zweiten wenn man glück hat kann man hier patches finden wo bis zu sechs von diesen brocken stehen und das ist dann wirklich jackpot da kommt dann einiges raus es erfordert am anfang allerdings einiges an übungen erstmal herauszufinden welche intensitäten man braucht wie weit man vor und zurück scrollen muss und wieder genug energie zahlen damit er hier drin bleibt weil sobald man unter oder über sobald man unter dem bereich fällt zu wenig energie unterhaltsoptionalen bereich ist die ladung von diesem bereich wieder ab und ihr müsst wieder in den grünen bereich reinkommen mit m kann man in brüssel wieder einziehen wenn man da drüber geht in den roten bereich wenn der sich voll aufgeladen hat dann wird der brocken euch um die ohren fliegen der explodiert dann kann euch auch beschädigen muss man also vorsichtig sein wie nah man da dran ist und der brocken explodiert entweder gänzlich oder explodiert und die kristalle fliegen in alle himmelsrichtung das ist also auf jeden fall zu vermeiden Torn wieder an oh da liegt noch was komm her, ab dich ja und jetzt müssen wir wieder einparken ins schiff mit ein bisschen übung geht das auch hier sehe ich von der hand, oh wenn das schiff nicht da rumspringt das ist genau das was ich vermeiden wollte oh vielleicht haben wir Glück ja er hat sich wieder gerade hingestellt Glück gehabt eieieiei wie gesagt er ist halt ne alpha ne ich versuch ja jetzt komm ich drauf, sehr gut dann suchen wir uns mal die nächsten Probe haben wir ein wahnsinnspatch mit felsen aber leider keine kristalle ein bisschen weitersuchen ein bisschen weitersuchen und haben wir Glück, was haben wir hier? ja, leider nicht das ist doch ein schöner pitch da hat sich doch die geduld bezahlt gemacht also landen und abbauen das ist ja da ist ja nur noch eine eine die 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 haben wir die haben wir eine das war doch recht ordentlich und jetzt zeige ich euch mal was und zwar solltet ihr euch einen teil eurer ladung eurer gemeinheiten kristalle auf jeden fall sichern und deshalb haben wir auch unter anderem den anzug mit der mit dem großen rucksack und zwar könnt ihr an der rückseite des rocks an den cargo gehen an den cargo holt könnt ihr aufmachen könnt ihr anklicken dann dauert es einen moment bis das inventar auftaucht und hier seht ihr dass wir jetzt 277 brocken schon abgebaut haben jeder brocken ist 250 alpha uc wert ist also schon nicht schlecht und auf der linken seite ist euer persönliches inventar und wie schon erwähnt in diesen großen rucksack passen bis zu 109 rein das sind ungefähr 30.000 credits die auf jeden fall eure ausgaben decken zumindest für die miete des fahrzeugs und sprit des schiffes und daher empfiehlt es sich auf jeden fall was in einem rucksack rüber zu räumen denn das ist safe solange ihr nicht sterbt ihr könnt damit allerdings ausloggen und die sachen sind trotzdem noch da drin wenn ihr wieder einloggt nur beim sterben gehen die verloren und mit dem inventar des rock oder des schiffes kann noch viel mehr schief gehen deshalb ist auf jeden fall empfehlenswert etwas in euren rucksack zu packen dazu könnt ihr hier rechtsklicken könnt sagen split also diesen stack aufteilen das war jetzt hier in dem fall eine einheit ihr könnt hier allerdings auch noch hoch stellen ich mache jetzt mal auf 9 weil ich euch noch was anders zeigen möchte das heißt ich habe jetzt hier ein stack mit zehn einheiten in eurem fall könnt ihr halt auf 109 hochgehen um euren rucksack voll zu machen das inventar wieder schließen Klappe wieder zumachen und dann verladen wir den rock jetzt wieder in unser schiff wenn ihr wieder in eurem schiff seid gibt es auch noch eine andere methode die ihr die zeit verlängern könnt die ihr meine an seid die ist zum einen begrenzt durch den sprit den ihr in eurem schiff habt die nomad ist ziemlich sprithungrig die ist jetzt schon auf unter 75 prozent sprit runter heißt da muss man regelmäßig sowieso zu den außenposten fliegen und wieder auftanken aber wenn jetzt zum beispiel sowas hat wie eine cutlass black die mehr sprit hat oder was auch immer feinschiff könntet ihr auch den die sachen die in einem persönlichen inventar habt anders kommt ihr mit der taste i in eine kiste verstauen das geht indem wir dann euren stack hier rechts klickt und dann könnt ihr sagen store all commodities dann kommt ein warnhinweis dass das ganze in eine aus einem inventar rausgenommen wird und in einer cargo box gepackt wird dann könnt ihr ok klicken und jetzt hat unser charakter diese kiste in der hand das hoffe ich jedenfalls der hat sie nicht in der hand der hat sich direkt auf den boden gestellt ok da steht die kiste und dort sind jetzt ist jetzt euer sind jetzt diese zehn einheiten drin und dadurch könnt ihr also wenn ihr ein großes schiff habt jede menge von diesen kisten erzeugen aber vorsicht momentan wird auch das nicht persistent geschweichert und wenn ihr euer schiff schrottet dann sind die natürlich auch weg oder wenn ihr ein disconnect habt sind die wahrscheinlich auch weg und von daher kann ich davon eigentlich nur abraten und sagen packt euren rucksack voll wenn ihr möchtet packt noch den rock voll und fliegt spätestens dann einmal verkaufen sicher ist sicher was habt ihr denn in der tasche nicht dass hinterher stunden an arbeit quasi umsonst geleistet habt ja und das mit dem verkaufen das zeige ich euch jetzt als nächstes also zurück zur mining station also steige ich jetzt einmal in die atmosphäre auf bis ich meinen quantum drive wieder benutzen kann dann suche ich mir einen beliebigen mining außenposten und da können wir auch schon direkt verkaufen das ist auch der große vorteil gegenüber dem mining von asteroiden oder diesen großen brocken wenn du dort guten profit machen möchtet müsst ihr das zeug erst refinern und müsst es dann mit einem frachter zu einer börse in einer stadt transportieren was wiederum risiken birgt und die kastelle könnt ihr direkt am automaten verkaufen die erze könnt ihr allerdings auch direkt am automaten verkaufen dann bekommt ihr aber halt auch nur das den halben preis dafür leider ist gerade genau das passiert bevor ich gewarnt habe leider ist beim anflug zur mining station mein schiff der meinung gewesen durch den planeten springen zu müssen das habe ich natürlich leider nicht überlebt alles ist weg inventar vom schiff vom rock und persönlichen inventar alles weg deshalb bin ich jetzt noch einmal in der kattelsen black unterwegs und da kann ich einmal kurz zeigen dass es auch mit der hier hervorragend funktioniert ihr seht schon das schiff ist ein bisschen größer bis zu drei personen ausgelegt da könnt ihr also auch mit euren kumpels zusammen los hier ist der co piloten sitzt hier gibt es noch ein geschütz hier seht ihr passt die dass der rock auch bequem rein hier ist auch noch platz für ein paar kistchen und die luke ist auch bequem los und raus zu fahren und hier könnte dann zum beispiel einer in der rock bleiben der andere ist als pilot unterwegs das kennt die umgebung so kann man sich die aufgabe ein bisschen teilen so geht es natürlich auch und ausfahrt ist natürlich auch etwas bequemer als mit der moment das klappt schon mal so also meine ich jetzt noch ein bisschen was um euch zu zeigen wie das verkaufen funktioniert hier bin ich nun erfolgreich wieder bei endersen gelandet jetzt geht es ans verkaufen ich habe die gleichen voraussetzungen wieder hergestellt ich habe hier wieder eine kiste als fracht in meinem schiff zu zeigen wie das funktioniert mein rock hat eine ganz gute füllmenge und ich habe noch einen rucksack was drin ich kann mal schauen wie wir daraus geld machen können dazu muss ich jetzt erst einmal hier in der meinung facility händersen den storage storage gebäude finden da ist es auch schon ich habe für mich festgestellt dass es immer das gebäude zu sein scheint wo dieser aufbau dran ist ansonsten könnt ihr es auch identifizieren dadurch dass hier storage dran steht im storage gebäude findet ihr dann irgendwo einen verkaufsterminal hier können wir nun endlich unsere kristalle herkaufen so stellen kann dass man es erkennen kann hier oben stellt man dann auch sell um als nächstes muss man auswählen woraus man verkaufen möchte ihr seht schon ich kann hier meine rock auswählen mein personal inventory und die cutless black fangen wir mal mit der rock an in der mitte seht ihr hier ich habe hier harlanit geladen ich kann hier unten auswählen alles ich habe 198 units drin kann die verkaufen zu einem preis von jeweils 200 und wie viel sind das 82 sogar das ist auf jeden fall dann ein guter preis kann man schlicht erkennen kann ich hier ansehen kann ich nicht weiter ansehen einfach kann ich sagen verkaufen es gibt ja noch mal die bestätigung möchtest du wirklich die verkaufen ja möchte ich und ihr seht 52.000 durch die knapp 200 einheiten aus meinem rock das war doch schon mal nicht schlecht spackt das display ein bisschen rum egal auf jeden fall habe ich die kohle bekommen dann kann ich umschalten mal gucken cutless black auch hier zeigt er mir meine zehn einheiten die ich in die kiste gepackt habe es sind also 262 pro einheit sell jawohl noch mal 200.000 jetzt hat das richtig gemacht hier sieht man im aufploppen dass da was hinzugekommen ist bei den eigenen credits jetzt habe ich noch was in meinem personal inventory das sind noch mal 109 einheiten das sind noch mal 28.000 und da ich weiß dass ich mir so ziemlich 200.000 gestartet bin waren das also rund 80.000 credits profit für das waren in diesem flug drei haranit brocken die ich gemeinert habe das ist doch gar nicht schlecht in wem der stress im bounty hunting zu viel ist bisschen gemütlich minern ist auf jeden fall eine schöne alternative kristalle könnt ihr in jeder mining facility verkaufen also hier wie gesagt direkt an den planeten alles was hdms ist oder mining facility oder ähnlich heißt ihr könnt aber auch die kristalle auf manchen raumstationen verkaufen zum beispiel weiß ich dass port olisar das auch immer ankauft da bin ich mir nur nicht sicher wie gut die preise sind aber die waren auf port olisar bisher nicht schlecht auch so um die 260 bei der anderen raumstation kann ich jetzt momentan nicht sagen wie es im aktuellen wettstand ist auf jeden fall sind hier diese planeten oberflächen nicht die einzigen spots wo ihr die kristalle verkaufen könnt und da sind wir auch schon am ende des guides ich hoffe ihr hattet spaß damit konntet was lernen und ich konnte euch star citizen ein bisschen schmackhaft machen ja wenn euch das video gefallen hat wenn ihr was gelernt habt lasst mir gerne einen daumen nach oben da und noch einmal zur erinnerung in der video beschreibung habe ich für euch meinen persönlichen republic code reingeschrieben wenn ihr den benutzt bekommt ihr 5000 alpha ue c bei der registrierung als extra gut haben ja freigeschaltet und könnt euch damit schon mal ein paar schöne sachen kaufen wie die rüstung oder das multitool oder es reicht schon fast um euch den greycat bock zu leihen 5000 credits geschenkt wer nimmt das denn nicht das soll es gewesen sein ich hoffe ihr hattet viel spaß wir sehen uns im nächsten video ciao ciao